Hi und herzlich willkommen wieder beim Random Encounter Podcast, Folge 12, mit dem lieben Luca. Hallöchen, und natürlich mit dem lieben Davil. Warum sagst du eigentlich immer meinen Künstlername und bei dir sag ich immer deinen realen Namen? Ja, weil... Weil es ist so ein Podcast, das muss schon so ein bisschen... Okay, while. Okay, aber darf ich trotzdem mal erklären? Ja. Bei so einem Podcast, da fühlen sie sich so, als würden die mit uns zusammensitzen, so privat, weißt du? Da müssen die uns auch privat ein bisschen mehr kennenlernen. Ja, okay, aber ich sag ja auch so manchmal beim Zocken Davil oder Öli oder While, also das kommt ja eh immer gemixt aus. Also ich geb dir auf jeden Fall immer einfach alle Namen. Das stimmt. Ich hab echt viele Namen, ne? Dovel, Davil, Davil, alleine das sind drei. Ölenberger Öl, Almöli. Wollen wir mal durchgehen? Alle Namen, alle Namen. Ja, das wär auf jeden Fall lustig. Ich glaub, das wird's für morgen noch hier. Okay, ähm, zuallererst, wir haben sehr wenig Themen, wir haben sehr wenig Serien-Themen, wir haben sehr wenig Spiele-Themen und auch die News sieht sehr mager aus. Aber das ist doch Winterloch. Ja, übel. Aber dafür, mit Ansage, wird die nächste Folge die längste Folge, die wir jemals hatten. Ja, und ich glaube tatsächlich, ich kenn nämlich, ja, das Vorhaben, und ich glaube, du unterschätzt, was du dir mit der Idee gesetzt hast. Weil es sehr lang wird. Weil es wird nicht nur sehr lang, es wird noch viel länger, als du denkst. Weil wir zu viert sind. Nicht nur, wir sind zu viert. Wahrscheinlich. Ich dachte nur, also ich hab, du hast gesagt, eine Person und, ja, geil. Also ich geh mal davon aus. Ja, kann ja immer was dazwischen kommen. Aber, ich glaube, du unterschätzt das sehr. Und ich glaube, es wird noch viel länger, als du denkst. Naja, freut euch schon mal drauf. Die Folge kommt da wahrscheinlich wie gewohnt, würde ich mal sagen. Ja, doch, wird es. Diese Folge? Nee, nee, also die sowieso, aber, äh, die nächste. Nee, die Folge ist jetzt zu spät. Die nächste. Achso, ja, ich meine, ja. Ach, die meinst du? Ah, ja, stimmt. Die Folge, ja, ja, tut uns leid. Hihi. Es ist Dienstag, der 5. Dezember, und die Folge sollte seit 10 Stunden und 14 Minuten draußen sein. Diesmal bin ich schuld. Ich war einfach maximals müde. Ja, aber die Busse haben ja auch übel reingesackt. Also wir werden ja so oder so gefickt. Okay, ähm, ja, dann fangen wir mal mit den News an. Und zwar, die News der Woche, ähm, wird es anscheinend einen Final Fantasy XVI DLC geben. Hä? Ja. Ich hab ja davon gar nichts mitbekommen. Das Spiel ist einfach, die, wird unertüschend gekehrt, wir reden nie wieder darüber, niemand redet mehr über Final Fantasy XVI, dem ist scheißegal, das kommt einfach in DLC. Ja, also, das wurde auch nur so bei Twitter nebenbei gesagt, weil da ja das in irgendeiner Pressekonferenz oder Famizo oder sowas erwähnt hatte, der Director, oder Producer, ich bin mir gar nicht sicher, wer das gesagt hat. Ähm, und das soll dann auch so in Richtung mehr Clives Story gehen, dass wir mal mehr Tiefe sehen, der hat ja nicht mal irgendwas. Ich wollte gerade sagen, äh, Clive kriegt einfach neu dazugeschrieben Charaktertiefe. Richtig Aspen auf einmal. Also, der hat's auf jeden Fall nötig, sagen wir mal so, aber der Zug ist abgefahren. Ja, ich wollte gerade sagen, Bro, das ist zu spät, wenn das Hauptgame nicht drinnen ist mit der Charakterentwicklung, dann scheiß drauf. Ja, eben. Das ist, also, das Biffing genauso Trash wie Remind. Ja. Also, das Kingdom Hearts Spin-Off. Spin-Off. Ähm, vielen Dank. Ja. Also, die Welt hat's nicht gebraucht. Es werden aber, ich würd mal sagen, 50% der Spieler, die das gespielt haben, werden sich wahrscheinlich darüber freuen, weil ich höre auch so viel Positives. Also, von den Kritikern nicht so, oder so die overhypen Fans wie wir so, aber die, glaube ich, ich sag dir so, wie es ist, alle, die mit Final Fantasy XV angefangen haben mit der Final Fantasy Serie, mögen auch Final Fantasy XVI. Also, no hate an Leute, die mit Final Fantasy XV erst zu Final Fantasy gefunden haben, mögen auch Final Fantasy XVI. und ich, kein Hate an Final Fantasy XV, das ist wahrscheinlich besonders mit der, mit der Dings-Edition echt gut. Dein Blick, Digga. Nein, ich schmeck dir irgendwie anders als sonst. Ähm. Ja, ich schmeck dir anders als sonst. Also, meine Wasserflasche an die Leute, die grad nicht auf YouTube-Video schauen. Ähm. Weil kein Hate wirklich an Final Fantasy XV, ich war früher wahrscheinlich zu hart zu dem Spiel. Ähm. Also, nicht bei Release, sondern das, also ich muss ihm auf jeden Fall eine neue Chance geben. Aber auch. Aber für einen Final Fantasy Fan war Final Fantasy XV halt schon ein Tritt ins Gesicht. War es. Und Final Fantasy XVI sah so vielversprechend aus und war am Ende ein Tritt ins Gesicht. Ähm. Und deswegen, alle Leute, die mit Final Fantasy XV klarkommen, mögen auch Final Fantasy XVI und go for it, Leute, spielt's, aber ich, ich sag dir ehrlich, ich bin da raus. Ja. Square Enix hat auf jeden Fall 100% meines Vertrauens verloren. Ja. Außer Nomura ist so mäßig daran beteiligt. Ja. Ja, das stimmt. Aber er ist nicht Square Enix. Er kann aber auch recht reinscheißen. Ja. Er ist mittlerweile einfach Square Enix selber. Ja, also alles, was ich von Square Enix mag, ist von Nomura. Und, ähm, eigentlich ist das einzige Entwicklerstudio, was ich noch zu 100% vertraue, From Software. Ja. Und überall, wo Microsoft Studios dran steht, weiß ich, ist es mindestens okay. Doch, also hast du recht. Also, From Software wurde ich bisher nicht mehr irgendwie enttäuscht oder so. Äh, ich hab halt nur hier und da meine Kritik, aber enttäuscht wurde ich noch nie. Ja. Von From, bei From Software? Mhm. Ja, nee, ich auch nicht. Also, ich, ich glaube, für die meisten Leute ist die größte... Dark Souls 2. Ja, aber es wäre auch keine wirkliche Enttäuschung. Ja, für die meisten schon. Also, für die Dark Souls 1 Fans schon. Also, für mich jetzt nicht, aber... Also, auf jeden Fall, wahrscheinlich für die meisten, die größte Enttäuschung, das wollte ich nämlich gerade sagen, für die Dark Souls Fans war ja dann Dark Souls 2. Und auf Platz 2 kommt Elden Ring. Und Elden Ring ist ein fantastisches Spiel im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die in diesem Jahr rauskamen dann. Also, nur weil uns das hier und da ein bisschen was enttäuscht hat, weißt du? Ja. Ist es ja kein schlechtes Spiel. Ja, aber sie hören ja auch auf Kritik, also From Software ist super nah an der Community. Ja, also, im Gegensatz zum Beispiel einen Final Fantasy XVI, was uns ja enttäuscht hat, ist ja ein schlechtes Spiel. Es ist ja nicht wirklich ein schlechtes Spiel, es ist ein mittelmäßiges Spiel. Also, du siehst auf jeden Fall, dass das Spiel von Anfang bis Ende maximal berechnet wird. Und da hat der, wie heißt der nochmal? Der Creative Director, der das gemacht hat? Der, der auf Final Fantasy XIV und so das Budget gekriegt hat. Ach so, Yoshi P? Ja, also, absolut Liebe an den Typen, weil der hat wahrscheinlich mit seinem Budget 100% da rausgeholt. Weil der halt, Bro, der ist Mister der Zahlen. Der weiß, also, wenn der weiß, dann weiß der, wie man Budgets irgendwo hinpackt. Aber, ja, es fühlt sich halt so berechnet an, wenn man das Spiel sieht. Aber man merkt, der kann anscheinend nur MMOs machen. Ja. Weil dann ist eine Hauptquest einfach mal ein paar Sachen sammeln und eine Nebenquest besser als jede Hauptquest oder andersrum. Ja. Leider waren die Nebenquests und die Hauptquests nicht so das wahre, weil du Hauptquests hattest. Also, MMOs sind ja so gestrickt, dass du ja neben den Hauptquests Hauptquests hast, die eigentlich Nebenmissionen sind. Also, einfach Fäller, ne? Ja. Und das haben die bei Final Fantasy XVI halt einfach auch gemacht. Ja, das merkt, also, ich habe ja das Spiel nie wirklich selber weitergespielt. Aber ich habe natürlich um, das kann ich jetzt, by the way, mal machen. Ich habe ja jetzt eine PS5. Ja. Aber, ähm, ich werde es eh nicht durchspielen, bin ich ehrlich. Also, als Final Fantasy Fan muss man es nicht durchspielen, aber angespielt haben. Ja, genau. Also, ausführlich gespielt haben. Ja, genau. Also, ich denke so, ich werde meine vier, fünf, sechs, acht Stunden da reinstecken. Und wenn ich Spaß habe, spiele ich es durch. Wirst du auch haben. Du wirst auch deine vier, acht Stunden Spaß haben. Ja, bro, bis ich zu der Hälfte komme und ich habe es schon gehört. Boah, die letzte Spiele-Hälfte ist so schlimm. Ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Egal. Ich habe einfach den Faden verloren von dem, was ich sagen wollte. Sorry für die Zuhörer. Vielleicht wirst du sogar das besser in Erinnerung haben als ich. Weil wir es einfach mittlerweile gelernt haben, dass wir Spiele nicht mehr durchspielen. Also, erzwungen. Ja. Und vielleicht denkst du dir so, ja, bis hierhin hatte ich Spaß. Und bis hierhin war es auch hier und da auf jeden Fall sehr trashy. Aber es hat mich jetzt nicht, ähm, Lebenszeit geraubt, wie jetzt bei mir. Ja, fühle ich. Ich habe auch noch alle Sidequests gemacht. So ein Bastard bin ich ja egal. Also, warum mache ich das? Aber, bro, ich kann das verstehen. Ey, lustigerweise, ich bin ja eigentlich so, was so 100%-Spieler angeht, immer mega der Hater. Ja. Aber weißt du, ich, jetzt, ganz kurz, wir gehen mal von den News ganz kurz weg. Kleine Anekdote nur von dem Gaming, was ich eh gleich mehr erzählen werde. Ich mache gerade bei Metal Gear 5, ah, jede Nebenmission. Habe ich bei Metal Gear 5 damals auch gemacht. Aber es, also ich habe das früher irgendwann dann mal angefangen und dann gesagt, ach, scheiß drauf. Aber ich habe gerade so viel Spaß mit dem Spiel, aber da kommen wir gleich noch hin. Wir gehen erstmal mit dem News weiter. Ja. Genau, Final Fantasy 16 DLC hat keiner nachgefragt. Wünscht sich vielleicht die Hälfte der Community, aber okay, dass wir es bekommen, glaube ich. Ich glaube, das ist das Fazit hinter Final Fantasy 16 DLC. Genau. So, dann kommen wir mal zur nächsten News. Und zwar, oh, das können wir doch wieder wegnehmen, weil es gab ein Spiel, das heißt Spine und es gab einen Trailer zu und das sah auch echt cool aus. Aber ich habe es mir leider nur einmal angeguckt und ich wollte es mir eigentlich noch mal ausführlicher anschauen mit dir vor dem Podcast. Oh. Oh. Naja, egal. Ich habe davon auch noch nie gehört. Okay. Ne, dann kommen wir einfach mal direkt zu. Aber Spine kommt, Leute. Das war, um es einfach kurz zu fassen, es war, es ist halt so ein Third-Person-Shooter, meine ich. Auf dem ersten Blick sah es ein bisschen aus wie Fortnite mit RTX-Grafik, so, weiß ich nicht. Ich bin nicht abgeneigt. Ja, sah auf jeden Fall sehr cool aus. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich habe das, glaube ich, gesehen in einem YouTube-Trailer, aber nur so 30 Sekunden dann weggeklickt. Okay. Aber ich glaube, ich habe das gesehen, das sah recht cool aus vom Design auch. Ja, vielleicht reden wir noch das nächste Mal im Podcast drüber. Aber vielleicht haben wir es sogar bis dahin gespielt. Vielleicht haben wir es auch einfach vergessen und ignoriert. Und ja, dann kommen wir einfach mal direkt zu, äh, ich will angucken. Ähm, ja, kommen wir einfach mal zu der größten News des Jahres für viele. Aber, Bro, ich weiß, warum wir so wenig News haben. Ich glaube, weil eben geleakt wurde, dass gestern der GTA 6-Trailer kam. Der GTA 6-Trailer sollte, also, laut der Aufnahme, ne, irgendwann 18 Uhr. Ich will keine falschen Sache. Heute 16 bis 18 Uhr. Irgendwie sowas, ne? Ne, 15 Uhr war es, deutsche Zeit, 15 Uhr. Ich weiß nämlich noch, da habe ich gesagt, hey, Hacke, bleib mal eine Stunde länger an der Arbeit, dann können wir den zusammen gucken. Aber, Hacke war erstens nicht an Arbeit, zweitens kam der Trailer einfach um Null. Ja, da kam direkt Mitternacht, weil er leider geleakt wurde. Ja, das ist Arsch. Also, Leute, liegt keine Trailer, ihr seid nicht cool, wenn ihr das macht. Und man merkt auch, dass, äh, Rockstar das so gerne, äh, auf ihren eigenen Kanal so schnell wie möglich als allererstes zeigen wollten. Für die Klicks. Bro, die Klicks sind geisteskrank. Und auch die Likes. Alter, das war, also, als ich das gesehen habe, das war, der Trailer war dann schon vier Stunden alt. Bei mir war so 37 Minuten alt. Und ich kann mal nebenbei schauen, wie viele Likes und, das habe ich eben achtmal gezeigt. Kennst du das? Nein. Okay, das zeige ich später. Okay. Ähm, wie viele Likes und Aufrufe der Trailer mittlerweile hat. Und der hat, ähm, 86 Millionen Aufrufe. Was? In 86 Millionen? Der ist ja noch nicht mal nach Tag alt. Ja, und. 86 Millionen? Aktueller Stand in der Aufnahme vor 22 Stunden. Platz 1 in den Trends, logischerweise. Und hat, sage und schreibe, 8,5 Millionen Likes. Bro, ist das eventuell der meistgeklickteste Videospiel-Trailer jemals? Innerhalb der ersten 24 Stunden vor allem? Ja, das ist geil. Bro, 86 Millionen. Also, GTA ist ja, ist ja eine Riesenmarke, ne? Also, dafür, dass wir sehr wenig in letzter Zeit an neuen Titeln bekommen haben, gerade, wie, ja, GTA 5, wie alt ist das? Es kam ja zu Pace. Zehn Jahre. Zehn Jahre, genau zehn Jahre. Also, nicht genau, vielleicht zehn Jahre und ein halbes Jahr, aber so ungefähr zehn Jahre. Erstmalig auf der Pace 3. Ja, es waren zehn Jahre, weil ich hab das Meme heute gesehen mit, wie GTA vor zehn Jahre, wie ich denke, wie GTA vor zehn Jahre aussah und dann San Andreas und dann so, wie GTA wirklich aussah vor zehn Jahren und dann einfach GTA 5. Alter, da waren wir noch an der Gesamtschule. Ja, Bro, das, ich hab das mit der 16K-Leitung, wo nur 5K ankam, runtergeladen und da stand beim Download 99 Tage plus. Das war zu einer Zeit, als man das Spiel gestartet hat und es einfach ewig geladen hat. Das tut's immer noch. Also, jetzt auf der PS5 und der Xbox Series S bestimmt nicht, aber... Ne, das hatte ich mir schon gedacht, das ist... Aber auf meinem PC hat's auf jeden Fall dick lange geladen. Aber meine War Machine ist auch... Aber sie hat's geschafft. Sie hat GTA 5 geschafft, ohne einen Ruckler, aber die Ladezeiten waren Arsch. Und ja, wie gesagt, erstmalig auf der PS3. Auf der PS4 kam nichts, außer halt das... Was hieß das dann auch Remaster? Nee, ne? Einfach nur ein Update, oder? Es war einfach nur, dass jetzt, hey, jetzt hier auf PlayStation 5 mit... PlayStation 4 mit ein bisschen mehr Content, ihr könnt so Neon-Unterboden-Lichter machen. Ego-Shooter-Berektive. Genau, First-Person, meine ich. Ja, und dann kam ja nochmal eine Version für die Next-Gen mit... Casinos. 60 FPS, 4K, I guess, oder so. Keine Ahnung. Also, ich seh keinen Unterschied zur PS4 und zur PS5-Version, sag ich dir ehrlich. Ich glaub, hier und da wurde ein bisschen was hochgeschraubt, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Die Lichtverhältnisse sind sehr schön geworden von PS4 auf PS5. Weil die Sache bei GTA 5 im Trailer, der allerersten Trailer, siehst du so wunderschöne Lichtverhältnisse, sondern spielst du es auf PlayStation 3 und denkst dir so... Benutzen die eigentlich... Weil, das wollte ich gerade so sagen, weil... Bevor ich die Frage stelle, würde ich erstmal ganz kurz noch mehr über GTA labern. Und zwar, die Fans sind ja riesig und das ist ja super ungewohnt für GTA-Verhältnisse, weil wir ja normalerweise viele GTA-Titel auf einer Konsole sogar hatten. Wir hatten zwei auf einer Konsole, ich glaub, die ersten zwei Teile waren auf der PS1, wenn ich mich nicht irre. Der dritte Teil kam auf der PS2, dann kam ja noch ein Teil, also die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber ich geh mal davon aus, Vice City, dann noch Vice City Stories. Also es kam GTA 3, GTA Vice City... Äh, Liberty Stories, äh, ist das. Liberty City Stories. Genau. Und dann noch Gate-Tony. Dieses Ballad of Gate-Tony kam auch noch, das ist auch noch ein 1. Aber das ist ein DLC. Ja, aber Playstation... Für die PS3. Ballad of the... echt? Ja, ja. Ähm, genau. Also, das waren ja trotz... Also, trotz alledem waren das ja vier verschiedene Spiele, oder? Also, GTA 3, Liberty City Stories, Vice City und San Andreas. Ja. Ähm, spielt man da bei allen drei Teilen verschiedene Charaktere? Gar keinen Plan, Bro. Aber ich meine, das sind komplett verschiedene Spiele. Also, du hast einmal CJ und CJ spielst ja nur in San Andreas. Genau. Dann hast du... Den GTA 3-Dude. Den GTA 3-Dude, gar keinen Plan, wer das ist. Und der GTA 3-Dude könnte auch der Vice City-Type sein? Nee, ich glaube, der Liberty City und der Vice City-Type sind derselbe. Meinst du? Irgendwie sowas. Meinst du, die haben auch bestimmt, oder? Einige Assets wiederverwendet? Auf der Playstation 2? Also, safe. Also, GTA 3 auf San Andreas war doch auf jeden Fall schon ein Sprung, meine ich. Ja, also, ich glaube, dass bei San Andreas... Also, das ist ja das Aktuellste auf der Playstation 2 dann. Ja. Das hat ganz neue Sachen. Aber ich glaube, so Liberty City und Vice City haben sich komplett die Assets geteilt. Ja, das scheint... Und Teil 3 ist aber noch mal hässlicher als alle anderen. Deswegen, das ist ja ihr erstes 3D-Ding. Ist auf jeden Fall geisteskrank. Ähm... Ich finde das... Für die GTA-Fans bin ich schon cool. Ich finde es zum Beispiel ja nicht so cool, ne? Ich finde das schon irgendwo cool, dass pro Konsole ein fettes GTA erschienen ist, so. Weil nachdem kam ja auf der PS3 ja nur ein Titel. Und das war ja, ähm... Wie heißt... GTA 4? Ja. Und seitdem kam ja keins bis... Ne, gar nicht kam ja noch GTA 5. 5 war immer auf der Playstation 3. Oh mein Gott, das waren zwei Stück, ja. Hab ich gar nicht gedacht. Und dann 5 wurde dann ausgeschlachtet. Genau. Skyrim-mäßig. Ähm... Aber... Ich sag dir ehrlich, du hast einmal GTA 5 gekauft, auf Playstation 3 hast du 10er auf die Playstation 4 bezahlt, hast du 10er auf die Playstation 5 bezahlt. Gut, aber das ist nicht das, was ich zum Beispiel haben wollen würde, sondern lieber ein fettes neues GTA dann auf der PS4 und dann nochmal ein fettes neues GTA auf der PS5. Verstehe ich. Ich fand's krass, weil ich GTA Online einfach durchgängig mitnehmen kann. Und GTA Online ist ja immer größer geworden und die Story von GTA hat mich noch nie gejuckt. Ich hab zwar die Story durchgespielt mit Hannes. Also ich find die Story immer viel interessanter als das Spiel, also als Online-Modus. Ich nicht. Ich habe sogar auf meiner Playstation 4, ähm... Weil ich hab ja auf der Xbox 360 gestartet, hab's dann auf PS4 mitgenommen, den Account. Und bei mir war das so, der Spielstand für die Story musstest du ja eigentlich immer das Tutorial spielen. Aber du konntest ab der Playstation 4 direkt in GTA Online gehen, im Ladebildschirm mit der Vier-Eck-Taste. Ah. Und dann hab ich quasi noch nie auf meiner Playstation 4 den Story-Modus gestartet für das erste Jahr, wo ich GTA Online gespielt hab. Da hat Hannes auf deiner Konsolid gespielt, ne? Auf der Xbox aber. Ja. Ja. Also beziehungsweise wir haben uns immer mal Missionen geteilt. Ich hab da mal was gemacht, er hat da mal was gemacht, also... Aber geisteskrank. Stimmt, auf der PS3 gab's einfach zwei Titel. Und ich meine, GTA 4 war technisch, war ja besser als GTA 5, oder? Also die Physics waren besser. Ja, würd ich sagen. Weil die waren ja deutlich aufwendiger und viele haben sich ja beschwert und das wurde ja runtergeschraubt auf der GTA... Weil das war ja viel realistischer, auch das aus dem Ausdruck springen nach... Also, wenn du ja richtig krass crashst, springst du ja aus der Windschutzscheibe und so. Ich fand, das ist bei GTA 5 auch so, dass du aus der Windschutzschutz... Aber du stirbst halt nicht sofort wie in GTA 4. Ah, okay. Sondern du klatschst halt dann entgegen und wenn du halt dann rausfliegst und dann zum Beispiel gegen eine Laterne klallst, bist du tot. Okay. Also, aber erst, glaub ich, seit der PS4-Version ist das richtig gut. Auf der PlayStation 3-Version kann ich mich nicht an so gut Physik erinnern. Aber ist auch schon lange her. Ja. Ähm, ich glaube, die hätten damit auch weitergemacht mit mehreren GTA-Spiele. Aber wie du das eben schon ausgesprochen hast, GTA Online. GTA Online war viel zu krass, was die Monetarisierung anging. Deswegen, dass es sich einfach gar nicht gelohnt hätte. Das ist ja auch zum Beispiel auch der Grund, warum es ja auch bei MMOs ja nur neue Add-ons gibt, anstatt ein neuer Teil halt. Ja, es macht ja auch so im meisten Sinn. Ja. Und, ähm... Und gerade dann, wenn die dann mit den gleichen Assets und der gleichen Grafik einfach immer weitermachen können, ist halt nicht so viel Aufwand, wie zum Beispiel jetzt ein ganz neues MMO zu machen. Ja, true. Und, ich weiß nicht, ob es an den Aktionären oder so lag. Bro, GTA Online ist einfach nur ein MMORPG. Ja. Voll irgendwie. Ähm, ich weiß nicht auch, ob es jetzt zum Beispiel an Aktionäre oder so lag, dass sie irgendwann mal Druck hatten, jetzt irgendwie. Klar, Fans und so, ne, aber siehe Game Freak, du kannst mal was du willst. Ja, true. Rockstar ist ja in der gleichen Position. Also, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn die einmal reinscheißen würden mit der Grafik und sowas, glaube ich, also, das ist jetzt kein Pokémon, weißt du? Also, ich sag dir ehrlich, wenn Red Dead Redemption 2 ein Flop wäre und jetzt GTA 6 auch, die sich Fehler erlauben, wäre Rockstar tot sofort. Weil die haben nur zwei Spiele. Ja, stimmt. Die haben Red Dead und die haben GTA. Also aktive Spiele. Ja, und dann könnten die sich nur rausretten, indem die eins der alten wiederbeleben, zum Beispiel wie ein Candace Canem 2. Ja. Damit könnten sie sich dann wieder aus der Hölle retten, aber sie haben halt zwei Spiele. Das ist voll crazy. Ja, ähm. Ja, aber erstmal zum GTA 6 Trailer. Wir haben ja jetzt GTA 5 auseinandergenommen. Ja. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Wolltest du richtig krass auseinandernehmen? Okay. Auf jeden Fall, GTA Online. Was hab ich denn dabei gerade erwähnt gehabt? Also worüber hab ich gerade erwähnt? Monetarisierung, gleiche Assets. Ach so. Ja, wie fandest du das? Also, gab, also du hast ja viel GTA 5 online gespielt. Ja, also GTA 5 online hab ich maximal viel gespielt. Und das auch über Generationen von Freundschaften. So, ich hab auf der Xbox 360 mit Jason gestartet, bin dann auf PS4 gewechselt mit den Jungs, also dir und wer noch alles dazu kam. Wer war damals noch alles dabei? Alex, Nico, Jason hatte keine Playstation. Und dann bin ich ja auf PC gewechselt danach, quasi mit der PS5 und Xbox Series S Version und so. Und da hatte ich dann auch nochmal mit meinen Jungs, also die ich dann dadurch Gaming kenne, online gespielt. Das heißt, ich hab so drei Freundesgruppen gehabt, GTA 5 online überlebt. Und ich sag dir ehrlich, das ist halt einfach geisteskrank lustig, weil alleine wie viele Stunden ich mit Jan, jeder von uns hat sich einfach ein Motorrad genommen, die Barty voll aufgetunt und wir waren einfach so vier Stunden Offroad fahren. Einfach nur in den Bergen Tricks machen, das hat so viel Spaß gemacht. Das war so cool. Würdest du sagen, würdest du sagen, du würdest es lieber wollen, dass du jetzt zum Beispiel ein neues GTA Online Spiel hättest oder, also, andere Frage. Wie lange hat es dich auf jeden Fall, ja, entertained? Ähm, auf der Xbox 360 seit Release. Also, jetzt ohne jetzt den Grund wie einen Re-Release jetzt, ne? Also, du spielst das Spiel jetzt lange und dann kommt ein Update und spielst du auch dann auch die Updates gerne oder war dann irgendwann mal der Punkt da, wo du dir da sagtest, ja. Ja, das Ding ist, Rockstar hat ein paar Fehler gemacht, was diesen Konsolenswitch angeht. Ich habe auf der 360 gestartet und da habe ich von Release bis zur Playstation 4, einfach von Release bis dahin, einfach dauerhaft entertained. Jeden Tag. Also, ohne Probleme mit den Jungs. Und, ähm, dann konnte man ja auf die Next-Gen-Konsolen wechseln und dann musstest du ja dein, dein, hier dieses, wie heißt das nochmal bei, bei Rockstar, dieses Apple-Diff-Klonen. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja, dieses, äh, iDroid? Ne, das war alles ja mit hier. Das ist Metal Gear. Ähm, ähm, aber, ja, über dieses... Fruit Phone oder so. Ja, ja, diese, diese, diese Dings, äh, Birne. Auf jeden Fall, das ist ja quasi dieser übergreifende Login für GTA Online und darüber konntest du dann deinen Xbox 360-Account mit deinem Playstation 4-Account verbinden und deinen Charakter rüberschieben. So, dann habe ich meinen Charakter auf Playstation 4 gehabt und, ähm, habe halt über Playstation 4 einfach weitergespielt. Und, äh, dann habe ich den, als die neue, äh, die neue, äh, Season angefangen hat mit Playstation 5 und Series S, habe ich da den gleichen Account, den ich auf die Playstation 4 habe, auf dem PC rübergezogen. Jetzt ist aber das Problem, weil das Spiel ja nicht mehr neu ist, also das heißt, du konntest immer nur alle drei Monate nach Release dieser neuen Version, konntest du nur wechseln, ist mein Account auf dem PC gefangen. Ich kann ihn nicht mehr auf Xbox benutzen, ich kann ihn nicht mehr auf Playstation nutzen. Ich, ach, was. Das ist, hat kein, also du kannst nur auf einen, du transfertierst ja nur die ganze Zeit. Genau, ich habe die ganze Zeit den Charakter auf einen neuen Account geladen, also auf denselben Account auf eine neue Konsole geladen, das heißt, mein, mein Charakter ist jetzt auf dem PC, die GTA 5, die neuen Updates schafft mein PC nicht mehr, ich würde gerne auf der Series S spielen, müsste da ganz neu anfangen. Das heißt, bis ich, äh, ab dem Zeitpunkt, wo ich auf dem PC gewechselt habe und die ganzen neuen Updates kamen und mein PC das nicht mehr hinterher kamen, hat es mich nicht mehr entertaint. Und deswegen, einfach nur, weil Rockstar da so komischen Sachen mit ihrem Account rüber gemacht hat, weil du hast literally die Speicherdaten des Charakters einfach rübergezogen, als wäre ich so eine, einfach über eine Online-Speicherkarte, aber die niemals zurückgehen kann. Das ist ja so doof gelöst. Aber dann hättest du wahrscheinlich aktiv bis heute weitergezockt, oder wie? Ich hätte aktiv wahrscheinlich weitergezockt, wenn ich es jetzt auf Xbox hätte. Okay, also sagst du, ähm... Aber auch nicht unbedingt wegen dem Spiel, sondern das ist wie so eine Sandbox, dass du mit deinen Freunden Spaß haben kannst. Ja gut, aber abgesehen jetzt davon, sagst du, da gibt genug Content auch regelmäßig, dass man da viel Spaß hat mit, oder? Ich hätte gesagt, ab Ende der PS4 hätte das Spiel aufhören können. Da hätte schon, also mit der PS5 zu Release hätte eigentlich schon GTA 6 da sein müssen. Also, abwechslungsreich war es dann in dem Sinne dann nicht mehr so krass? Ne, nachdem die Heists da waren und das Casino, alles danach hab ich nicht... Ne, es gab Heists als erstes großes Update, die waren maximal genial, perfekt. Hab ich auch von vielen gehört. Dann gab's diese Biker-Gangs, maximal geil, mit deinen Jungs ein Biker-Gang aufmachen, Leute überfallen, diese ganzen Autos verschiffen, klauen, Drogenhandel, dies, das. Das ist maximal lustig. Und dann gab es noch das Update, was sich 100% mitgenommen hat, wo du so eine Firma aufbauen konntest mit so illegalen Sachen. Du hast quasi die Biker-Gang gehabt, da kriegst du nur so ein bisschen Geld und dann hast du mit dem Geld der Biker-Gang dir eine riesige legale Firma aufgebaut. Und da dann wieder illegale Sachen gemacht und mega viel Geld mit deiner Gang gemacht, so. Und das war richtig spaßig. Und alles danach find ich kacke. Da kamen noch so Kriegsbunker, Casinos und so. Das war dann alles weird. Du konntest ein Casino besitzen und dann haben da einfach Online-Spieler, sind da reingegangen, haben sich in der Hölle befunden, weil Casino, du weißt. Ähm, und haben einfach Geld für dich geschaffen, weil die da im Casino spielen. Und ich denke so, hey, labert mich nicht voll, da hab ich gar keinen Bock mehr drauf. Ja, gut zu wissen. Also, ich kam ja viel zu spät, das GTA Online dann ging erst rein. Und da war es für mich schon so spät, dass ich da gar keinen Bock hatte. Es war auch zu groß für neue Spieler. Also, ich glaube, es war nur gut für mich, weil ich von Anfang bis Ende dabei war. Ja, auch aus dem Grund ist, also, ich hätte GTA Online wahrscheinlich auch viel mehr Spaß gehabt und ich hätte wahrscheinlich noch eine, bestimmt eine coole Vergangenheit mit dem Spiel gehabt, hätte ich mit allen zusammen mitgestartet, weißt du. Ja, bei der 360. Also, ich würde, das würde niemals funktionieren, jetzt zum Beispiel, oder vielleicht auch Anfang PS4-Zeit zum Beispiel oder so, zu dir zu sagen, hey, yo, ich will jetzt auch mit die, äh, GTA Online zocken, ne, und du kennst es ja schon, weißt du, dann ist die Magie nicht da, weißt du. Ja. Dann bin ich so der Einzige, der so, oh, lol, krass, das kann man machen und dies und die Gruppe so, ja, ja. Ja. Ja, deswegen bin ich bei GTA 6, was das angeht, äh, will ich auf jeden Fall den Online-Modus, äh, eine Chance geben, der wahrscheinlich eh erst nach Release kommen wird, also viel, viel später. Also, bei GTA 5 war es zwei Wochen später. Ach, zwar auch nur. Ja, du hattest quasi, ich, ich, bei Release saß ich mit Yannis unten im Wohnzimmer, damals, als wir das Haus noch hatten, und, ähm, haben halt den Release gespielt und wir waren so, lass mal direkt GTA Online. Und dann drücken wir auf GTA Online, ja, Server wird nicht da, erst ab dem und dem und wir waren so, toll. Ja, also, da würde ich auch gerne mal eine Chance geben, also, ich hab, hast du jemals irgendeinen GTA durchgespielt? GTA 5. Hast du durchspielt? Ja, GTA 5 hab ich durchgespielt. Richtig auch mit der Entscheidung am Ende, mit Trevor und so. GTA 5 ist aber auch bei mir das Einzige, GTA, was ich fast durchgespielt hab. Also, sonst hab ich nie eins irgendwie so lange gespielt. Und, San Andreas und so, alles, alles mal gespielt und so, aber. Also, Hannes hat das ja auf meiner Xbox 360 gespielt und wir haben das immer gegenseitig getaucht, äh, immer mal, ich hab Mission gemacht und dann hab ich erst auf der Playstation 4 selber das nochmal gespielt. Ah, okay. Ne, also, jetzt auch gerade durch den Podcast selbst hab ich, und auch aus dem Grund, dass jetzt GTA 6 jetzt bald kommt, wir reden gleich nochmal drüber, ähm, krieg ich auf jeden Fall die Lust, äh, GTA nachzuholen. Und, nicht unbedingt jetzt San Andreas und Co., ich hab ja versucht die Trilogie zu spielen, die ja absolut Schrott ist, und das Spiel ist mir halt schon so alt, dass ich gar keine Lust mehr hab. Bro, ich sag dir auch ehrlich, ich mag eigentlich gar kein GTA. Du magst ja nur den Online-Kram. Ja. Ähm, und ich möchte dann halt einfach mal gerne GTA 4 nachholen. Gibt's den auf PC? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht. Boah, wenn er auf der PS3 gefangen ist, das ist schwierig. Gibt's das auf Xbox 360? Ne, ne? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, GTA 4, wenn's auf PC gibt, werd ich das wahrscheinlich nachholen. Ähm, ansonsten GTA 5 dann auch nochmal, nochmal so richtig durchspielen, ich weiß, es wird einige Stunden an Spielzeit sein und so, aber, mal gucken. Also, durchspielen wär cool, wenn ich auf jeden Fall bis dahin Spaß habe. Gibt's auch auf PC. Gibt's auch für PC, perfekt. Es gibt die komplette Complete Edition GTA 4 and the Episode from Liberty City, äh, für Zehner. Okay. Auf PC. Also, einfach so in so einer Software-Pyramide und so, so Saturn-Szene. Okay. Ja, also, wie gesagt, einfach nur bis dahin spielen, wie viel Spaß ich auch hab. Wär cool, wenn ich bis dahin auch durchgespielt hab. Wär cool, wär cool. Ansonsten, ja, mal gucken. Ähm, ich glaub, ich werd dann wahrscheinlich die DLCs auch nicht spielen. Also, so lang wär ich jetzt auch nicht an 1 in 1 im GTA, weil sie sind ja auch lang genug. Also, ich hab GTA 4 ein bisschen gespielt, so im Nachhinein, also nach GTA 5. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo. Aber ich mein, das ist cooler als 5. Ja, ich hatte auch sehr viel mehr Spaß in der Story als bei 5. Hab's auch nie gespielt. Ich muss auch sagen, da kam ja das mit Gay-Tony und so. Ja. Das war geil. Das war geil. Das sind zwei DLCs, by the way. Ah, okay. Ja. Mal gucken, vielleicht hab ich sogar Spaß daran und hab noch Bock auf DLC-Kram. Wissen wir nicht. Ähm, ja. Jetzt hab ich euch zu lange auf die Folter gespannt. Ich wollt's sagen, aber ich hatte Angst, dass es falsch ist. Auf die Folter gespannt wie ein Flitzebogen. Hahaha. War's. Ähm, deswegen kommen wir zur nächsten News-Spaß. Äh, ja. Der Trailer. Der Trailer ist draußen. Wir haben alle drauf gewartet. Luca. Willst du oder soll ich zuerst? Also, ich fang erstmal an mit den Sachen, die ich positiv hervorheben möchte. Okay. Dann machen wir das so. Du sagst Positives, ich sag Positives, du sagst Negatives, ich sag Negatives. Ja, okay. Okay. Ähm, weil, erste Sache. Ich bin das erste Mal interessiert an der Story. Ich mag dieses... Warum guckst du so? Ich mag dieses Bonnie und Clyde Ding, sag ich dir ehrlich. Ich find das süß. Okay, dann machen wir das doch anders. Ich find das richtig schrecklich. Echt? Ja. Ich find's richtig gut. Ich find das, ich find das übertrieben schrecklich. Ich find das das erste Mal lustig, weil ich denke, das könnte richtig cringe werden. Geil. Oh, ich hab gar keinen Bock drauf. Ich hab richtig Bock drauf. Aber weißt du, warum ich das denke, dass das cool wird? Weil ich jetzt die Hoffnung hab, dass es ein Koop-Spiel ist. Das wird's wahrscheinlich nicht. Dann werd ich's auch einfach nicht spielen. Also, es ist mir egal, wenn's scheiße ist. Weil, das war's ja auch bei 5 nicht. Und du konntest 3 Charaktere spielen. Ja, aber die 3 Charaktere waren mal da weg und waren mal hier weg. Und da kann ich das verstehen, weil du konntest ja immer nur... Ich kann mir auch vorstellen, dass du auch da getrennt bist die ganze Zeit. Ja, Bro, dann werd ich's halt einfach nicht spielen. Dann hab ich kein Problem damit. Ich hab auch gar keinen Bock auf die Charaktere, sag ich dir ehrlich. Der eine sieht aus wie ein Trottel, Digga. So ein richtiger Trottel. Also, ich hab echt keinen Bock auf den Typen, sag ich dir ehrlich. Aber die Frau war mir... Nee, und die fand ich auch noch schlimmer, Alter. Echt? Ja. Ich fand den Typen richtig schlimm. Also, jetzt mal Real Talk, Alter. Jetzt so... Wir sind jetzt im 20. Jahrhundert. Keine Ahnung. Aber man merkt, dass das schon so ein bisschen auf Krampf ist. Findest du? Ja, wie bei Assassin's Creed. Das ist auch schon ein bisschen auf Krampf gewesen. Dass du da auf einmal einen weiblichen Charakter spielen kannst und so. Ja, aber du kannst doch bei GTA 5 auch einfach einen weiblichen Charakter spielen. Also nicht in der Story, aber... Ja, du weißt, was ich meine. Es geht dir um die Story. Ja, aber Character Creator ist natürlich normal. Nicht, weil ich es schlecht finde, dass man weibliche Charaktere spielen. Ich meine, ich liebe ja sowas wie Tobi. Ich meine, ich liebe ja Tobi in Nia zum Beispiel. Also so richtig cool geschriebene Charaktere. Es geht mir ja gar nicht um das Geschlecht an sich so. Aber in so einem Spiel, in so einem... Bro, du solltest dir nicht sagen, dass du kein Problem hast, Frauen in Videospielen zu spielen und dann die übersexualisierteste Frau als Beispiel nehmen. Das war... Ja, aber das... Ja, aber gut, aber das ist zum Beispiel trotzdem ein gutes Beispiel. Ja, ich glaube, sie ist sehr gut geschrieben auch einfach. Ja, aber es geht ja jetzt... Ich meine, ja... Ja gut, wen kann man noch nehmen so? Ja, ich bin zum Beispiel... Ja gut, ich hätte jetzt auch gerne Lara Croft gesagt, aber Lara Croft ist auch geschrieben in Toastbrot, also wie Drake teilweise. Also... Sie haben ja versucht, Lara Croft mehr Tiefe zu geben in den Re... Reboot. Aber die ist einfach nur schlimmer als die alte Lara. Hallo, gib mir mal ein paar... Samus, übertrieben cool. Oh, Samus. Mein Lieblings-Nintendo-Charakter, also finde ich es cooler als Link und so. Also kann ich verstehen. Ich finde auch, der einzige Link, der für mich über Samus steht, ist der Twilight Princess Link. Ja, der Twilight Princess ist cool. Alle anderen Links sind einfach... Naja, und der Wind Waker Link, einfach nur, weil ich ihn liebe so als... Hä, der Carina of Time is auch cool. Ja, ist er, aber er ist nicht Toon Link und er ist auch nicht der Twilight Princess Link. Oder er ist nicht Samus, also mehr muss ich hier erklären. Eben. Ähm, oder Peach finde ich auch richtig cool. Nee, Spaß. Hä, Peach ist echt cool. Warum ist die cool? Peach ist cool. Ja, ich bin Fan. Ab dem Film vielleicht. Nein, also... Die hat ja schon mehr Tiefe bekommen in dem ersten DS-Spiel. Ach, da gab es ja auch schon vorher dieses DS-Spiel, ne? Ja, wo sie so weinen kann, also sie kämpft quasi mit ihren Emotionen, wenn sie wütend ist, brennt sie und kann so Gegner anzünden, wenn sie weint, kommt so... Wie kommt die reine von von GTA auf Peach? Starke weibliche Hauptcharaktere, wollten wir wissen. Aber... Ja, damit das einmal die Zuschauer gehört haben, wir haben nichts gegen Frau... Nee, aber ich finde sie als... Also, auf den ersten Blick, klar, kann sich das am Ende des Tages ändern, ne? Also, vielleicht ist sie ja voll cool geschrieben und sowas, aber in so einem Ghetto-Spiel und sowas, hab ich gar keinen Bock drauf. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, weil... Ja... Also, ich kann sogar nochmal tiefer gehen, ich finde das sogar so dieses San-Andreas-Style-Amerika, schwarze Dudes und sowas, klar, ist voll Klischee und so, aber das war mit das Witzigste, finde ich. Das sind auch die ikonischsten Charaktere, so Big Smoke und so. CJ, Big Smoke... Ja, so, das möchte ich gerne wiederhaben. Wie heißt nochmal von Lamar der Homie, ein Teil 5? Oder hieß der Lamar? Wie heißt der nochmal, wie heißt der nochmal der schwarze Hauptcharakter bei 5? Ich weiß, wie du meinst. Und dein Homie, der auch noch. Ja, der Homie, wo die ganz am Anfang in dieser Crack-Hütte sitzen, bei der Mutter von dem und der dann... Und dann... Er ist echt cool, ja. Ja. Zum Beispiel, also da sehe ich eher so solche Charaktere in so einem Spiel. So, weißt du, ich finde das viel cooler, also... Ja, also ich vermisse auch ein bisschen die amerikanische Grundkultur mit hier Black People und dass du da so Durag-tragende Gangster und so. Da habe ich auch schon ein bisschen mehr Bock. Der Stil von San Andreas an sich, den würde ich gerne lieber zurückhaben. Aber ich... Aber ich verstehe, warum das so... Also warum es in die Richtung geht, weil... Als allererstes, ich glaube, Rockstar hat in GTA nie irgendwas wiederholt. Ja. Also du hast ja immer andere Arten von Charaktere. Ja. Einen russen, einen schwarzen. Dann halt noch diese Dreier-Truppe und sowas und so ein Miami-Dude und so. Ja. Weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann wiederkehrt und das ist ja wieder... Also was komplett anderes diesmal mit dem Bonnie-Kleid-Ding. Ne, was... Es ist... Also es ist nichts, was mich anspricht, aber es ist prinzipiell cool, dass die halt was anderes machen. Ja. Und... Die gehen ja allgemein immer mit der Zeit, was so die... Ja... Politischen und sozialen Hintergründe angeht. Das stimmt, aber die machen sich ja auch... Also die zeigen ja in ihren Spielen immer die Probleme auch auf. Ja, genau. Die Politik mit sich bringt. Weil jetzt merkt man ja diese TikTok-Videos in dem Trailer und... Ja. Und... Ja, man merkt, dass es halt so mehr in dieser aktuellen Zeit geht. Aber das mag ich auch sehr gerne an GTA, dass sie immer aktuell sind mit ihren Spielen. Weil auch GTA 5 wurde ja immer weiter geupdatet und da sind ja auch immer neue Sachen drin. Und das nervt uns ja nur unterbewusst, weil es ja bei uns ja auch in Real Life ja nervt. So, weißt du, die Assi-Tiktoker und sowas, weißt du? Ja, ich weiß, was meinst du... Und dann kriegst du das halt auch in Videospielform. Na, und das ist ja jetzt nicht so Schuld ans Spiel, sondern das ist die Vision dahinter, weil wir... Weil das ja mit der Zeit geht. Und die Realität ist halt einfach manchmal nervig. Genau. Ich meine, es gäbe bestimmt auch andere Arten von Charaktere, die man hätte aufbauen können. Weiß nicht, vielleicht zwei Juden. Bro, wie geil wäre eigentlich mal so ein GTA in Europa. Es spielt ja immer nur in Amerika. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist so das Ding. Ja, aber ich habe von dem Lied gehört, by the way, dass du quasi, du fängst ja an in Los Santos und noch einer Stadt und dass quasi per DLC die anderen Städte nur nachgereicht werden. Im sechsten Teil jetzt? Ja. Das ist doch in White City, oder nicht? Ja, ja, also du hast ja, da sind ja mehrere Städte. Ich habe gesehen, du hast irgendwie links, rechts, oben und unten hast du quasi mehr, so vier Städte oder so und in der Mitte so ein See. Ja. Es wurde geleakt. Also ja, du hast halt White City, Los Santos und die anderen beiden Städte. Also San Andreas und so. San Andreas besteht aus drei Städten. Ah, ja. San Andreas ist los Santos und die anderen beiden. Ja. Und du hast quasi dann noch White City dazu und die sollen so ein Vierer-Ding sein. Aber die anderen Maps von den anderen Sachen aus Teil 4 und so sollen halt auch noch dazu kommen. Also, also groß heißt jetzt nicht immer gut. Heißt du 90% Kacke, um ehrlich zu sein? Ja, aber in dem Fall hört sich das eher interessant an, weil das ja einfach nur durch Nostalgie geprägt ist und immer cool ist. Und weißt du, was ich mitbekommen habe? Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber 70, 60 oder 70% aller Gebäuden sind betretbar. Ja, aber das heißt ja auch nicht immer was Gutes, weil wenn so von den 70% nochmal 90% leer sind. Klar, am Ende des Tages ja, aber es ist mir lieber, als wenn du das erst gar nicht betreten kannst. Du bist in einem Open-World-Spiel. Ja, oder Ladezeit zwischen Tür betreten wie Starfield. Es ist ein Open-World-Spiel. Wenn die mir sagen, dass die Tür geschlossen ist, dann ist es für mich nicht offen. Ja, aber Bro, du musst dir ja auch vorstellen, du bist GTA 5. Das heißt, du bist ein Typ, der einfach da lebt. Geh du mal nach Kassel und geh einfach in das Haus rein. Natürlich, aber du bist ja auch GTA. Du klaust auch irgendwelche Autos. Du kannst ja auch irgendwie Leute plündern in irgendwelchen Apartments. Ja, Punkt für dich. Danke. Und das ist ja auch deutlich einfacher gewesen in Red Dead 2 und das funktioniert ja selbst da nicht. Und das sind zum Beispiel so Punkte, weil viele sagen ja, Red Dead 2, bestes Open-World-Spiel. Und dann denke ich mir so, habt ihr jemals Open-World-Spiele gespielt und habt ihr jemals die guten Open-World-Spiele gespielt, wie Elden Ring oder Breath of the Wild? Jetzt mittlerweile auch Tears of the Kingdom. Ja, Tears of the Kingdom hat ein paar Minuspunkte in der Open-World, meiner Meinung nach. Und zwar? Achso, ja. Die Untergründe. Das ist aber viel zu groß für unnötig wenig neuer Content. Das ist einfach Marketing gewesen. Ja. Wir haben jetzt eine doppelt so große Map, das ist dieselbe wie oben auch, nur unten. Hast du noch was Positives? Also ich wollte das Positiv noch anmerken, dass es mit unserer Popkultur mitgeht. Ganz kurz, war jedes Abschnitt im Trailer? Weil ich hab mir den Trailer nur zweimal herangezogen, ich hab den überhaupt nicht analysiert. Ich hab den nur einmal reingezogen. War das, äh, war da irgendwas vorgerendert? Ja, das ist jetzt das Ding, das wollte ich nämlich auch fragen, weil GTA 5 hatte schon in ihren allerersten, hab ich extra nachgeguckt, by the way, hat in ihrem allerersten Trailer wunderschöne Lichteffekte, wunderschöne Oberflächen und dann siehst du das eigentliche Spiel, GTA 5, und denkst dir so, öh. Und ich denk halt jetzt bei GTA 6, Marketing, das ist der allererste Trailer, da werden Lichtinfekte hinzugefügt werden, da werden nachgerendert, ungesund. Also ich sag mal so, ähm, wenn die technischen Möglichkeiten in dem Spiel so groß sind, dann sieht's ja da für die Verhältnisse gut aus. Ja. Aber es ist längst nicht das, was ich erwartet habe, sagen wir mal so. Klar, die Erwartung ist viel zu hoch, es ist Rockstar und es ist GTA. Ja. Ja. Ähm, aber ich erwarte bei der Next-Gen-Ära, und ja, klar, diese Spiele schon länger im Entwicklung und sowas, vielleicht sogar schon zur PS4-Zeit, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, vielleicht Ende PS4 oder Anfang PS4, ich weiß es nicht. Ja, so mit, also, ja, ich würd' sagen Ende PS4 ungefähr. Ähm, aber ich erwarte da schon nen Grafikbrett, also, klar, am Ende des Tages. Aber die Haarphysics, hast du's gesehen? Das wollte ich grad ansprechen, weil es ging mir eher darum, ob es das wirklich jetzt vorgerendert war oder nicht, weil, da war ja, ich weiß, ist das diese, äh, Bonnie-Tussi? Nein, nein, das war einfach eine random Beach-Frau. Weil auf Twitter, okay, hab ich auch gedacht, weil auf Twitter wurde dann so gezeigt, so, das ist unser neuer Main-Charakter und waren da vier Bilder und dann war sie auch noch, also, dann war die Bikini-Tussi da. Echt? Ja. Keine Ahnung, ob sie es, naja. Und da, äh, also, nochmal einmal für euch, auch für die, für die Zuhörer, also, sie chillt da, glaub ich, auf so ne, war das auf dem Boot? War das auf ne, war das auf ne Fähre oder so? Ich glaube, am, am Strand. Oder nicht? Nein, auf so nem Schnellboot. Genau, auf so nem Schnellboot. Ja, und man sieht hier die Haare, wie die so über ihr... Also, sie macht, also, hat sie ein Selfie gemacht? Ach, keine Ahnung, was sie gemacht hat. Sie hat auf jeden Fall... Das war auf so nem TikTok-Videostream oder so. Irgendwie sowas. Jedenfalls, sie stand da und, äh, und hat da einmal so mit ihrem Kopf einmal so die Haare nach hinten gewischt, also, so nach, irgendwie, dann erklärt man das am besten. Ja, so, so, einfach... Ja, die Haare nach hinten geschlagen. In den Wind. In den Wind geschlagen. Gewehen lassen. Genau, also, die waren halt von, also, die waren halt bei den, auf den Schultern, so ein bisschen über, über die Schulter quasi und dann schmeißt sie sie so nach hinten und man sieht so, wie sie nach hinten fliegen und die restlichen Haare nach unten auch über die Schulter wieder gehen und auch noch der Übergang voll smooth nach unten geht. Also, nix statisch oder sowas und auch nicht reingeglitscht oder so. Ja, genau. Sondern das fällt ganz normal realistisch über die Schulter wieder drauf und dass da ja geisteskrankt ist. Ja, also, wenn das wirklich stimmt und nicht vorgerinnert, ist krass. Aber, wie gesagt, ich hab extra mir den GTA 5, den allerersten Trailer angeguckt, da haben sie auch gelogen. Ist der allererste GTA 6 Trailer, bevor nicht ein Jahr umgegangen ist. Aber ich sag dir ganz ehrlich, zu dieser Zeit gab es viel zu viele, äh, Lügentrailer. Gibt's ja aber heute immer noch. Nee, heute kaum noch, tatsächlich. Ich guck mir nicht mehr so viele Trailer an, da bin ich ehrlich. Also, ey, ich bin dir ganz ehrlich, es kommen Trailer raus, die sind so ehrlich, die laggen. Echt? Ja. Aber dann haben sie wenigstens was gelernt, so, so. Ja. Dann weifeln was so. Ja, so nach Watch Dogs 1, also, das war ja schlimm. Aber Bro, Starfield hat aber auch nur gelogen. Starfield war von vorne bis hinten gelogen. Was war da? Haben die Trailer-Sachen gezeigt, die dann am Ende... Ja, die haben so Sachen gesagt, ja, du kannst dynamisch einfach losfliegen. Gesagt oder haben die's gezeigt? Ja, die haben's auch gezeigt, dass du so dynamisch einfach losfliegen kannst. Aber es ist einfach nur eine vorgerenterte, hübsche Animation und haben das verschwiegen. Ja gut, aber das ist ja auch... Es ist jetzt nicht Rockstar so. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist Bethesda. Also, das ist ja mindestens genauso groß. Ja. Also, wie gesagt, also, einmal nochmal für die Zuhörer, ich bin jetzt überhaupt nicht so ein riesen Rockstar-Fan oder ich weiß nicht, aber ich bewundere deren Arbeit auf jeden Fall. Ja, das kann ich... Ich bin halt kein Open-World-Fan und Rockstar hat nur Open-World-Spiele. Ja, das ist voll krass. Ähm, ja, ansonsten, ich fand die Umgebung und die Charakter-Modelle, ja, ist jetzt nichts, was... Also, The Last of Us hat das ja viel krasser hinbekommen. Und klar, das ist jetzt nicht im Ansatz so groß wie ein GTA 6. Aber bei so langen Entwicklungszeiten, so viel Budget, die die eigentlich zur Verfügung haben... Zwei Milliarden, by the way. Hat das jetzt die Produktion bis jetzt? Ja, also, Hannes hat mir geschrieben, dass das teuerste Spiel jemals mit zwei Milliarden hat. Also, ich weiß nicht, ob... Also, ich weiß nicht, wo die Grenze ist bei der Playstation, wie viel man rausholen kann. Vielleicht, weil der Fokus daran liegt, dass man das gerne auf 60 FPS haben will. Ähm, und ich weiß nicht, wie dann am Ende die PC-Version aussieht und was für Anforderungen du brauchst. GTA 6 hat im Mai einen Bericht rausgebracht, zwischen ein und zwei Milliarden, bevor man sich das spielt. Das ist das erste Spiel der Welt, was in Milliarden Budget hat. Harte, ey. Das allererste. Das ist crazy. Ja. Ja gut, also Budget ist auf jeden Fall drin. Ja, Bro, also jetzt gibt's aber auch keine Ausreden mehr, ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr umfangreich wird. Ich freu mich... Guck mal, weißt du, was krass ist? Die haben ja auch die Modder von GTA 5, die diese RP-Mods gemacht haben, einfach eingestellt. Und gesagt, ihr macht jetzt unseren RP-Sachen. Und da waren... Ja, okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so richtiges RP dann später... Ja, richtig, so wie in... Also, auch auf jeder Konsole. Auf Playstation 5, auf... Haben die gesagt, oder was? Ja, das wird richtig RP geben. Das ist einer der Sachen, die angekündigt sind. Cool. Habe ich auch noch nie gespielt so, aber gerade für die Leute, das ist bestimmt ein Segen. Ja, und wenn's halt direkt im Game drin ist, muss ich mich halt um nix kümmern, sondern könnte es mir einfach angucken. Guck mal, normalerweise wär das dann so ein Ding wie... Oh, ist das scheiße, Alter. Äh, wir bekommen's nicht mehr, wird verboten. Oder vielleicht machen wir das selber, aber die Leute, die das eigentlich gemacht haben, werden nicht mehr monetarisiert dadurch. Und das wär so ein typisches Nintendo-Ding. Ja, Bro. Das, so macht man's richtig. Ja, das stimmt, aber das hat zum Beispiel auch, ähm, so ist League of Legends entstanden. Echt? Ja, weil du hattest League of Legends und Dota 2 waren früher mal dasselbe Spiel. Ah. Nämlich in einem Mod für Warcraft 3, glaub ich, namens Dota. Echt? Ja, und daraus hat sich Dota 2 entwickelt und die, die... Also, es wurde eine Spieleentwicklungsfirma gegründet. Dota 2 und ein Teil von den Entwicklern von den Mods sind aber auch zu League of Legends gegangen. Oh, krass. Also, es ist basically dasselbe Spiel. Oh, krass. Ähm. Ja, was hat man noch so im Trailer gesehen? Also, man hat... Also, der Trailer war recht kurz. Zweieinhalb Minuten, ne? Zwei Minuten 31, 51, irgendwie sowas. Ähm, und gegen Ende hatten wir auf jeden Fall gesehen, dass das Jahr 2025 kommt. Also, es hat mich jetzt nicht irgendwie überrascht. Einige anscheinend schon. Ja, ich weiß auch nicht, aber... Ich weiß nicht, was die erwartet haben, Alter. GTA 5 hat sich auch zwei Jahre vorher angekündigt. Und abgesehen davon ist es jetzt auch nicht wirklich lang. Ja, Bro, wir zwinkern einmal und dann ist wieder Weihnachten 20, 25. Ja, so, das ist der erste offizielle Trailer. So, klar, einige Entwickler wie Capcom und sowas geben uns innerhalb von über einem halben Jahr das Spiel dann direkt, nachdem die das erste Trailer rausgehauen haben. True. Aber, wie gesagt, wir wissen ja nicht mal, ob es Jahr Anfang 2025 ist oder ob es Mitte ist oder... Ich glaube, das wird so ein März-April-Spiel. Weiß ich nicht. Ich befürchte fast schon, dass es verschoben wird. Ja, aber... Auf 26. Also, ich finde es nicht schlimm. Ich auch nicht, aber dann hätten sie direkt 26 verhang fallen. Ja. Da hätten sie im Notfall ja den Reels fortziehen können. Ja. Also, ich sag mal so, das wird wahrscheinlich so ein kluger Marketing-Move sein, damit die erstmal ruhig sind, weißt du, damit die nicht andere nachdenken, äh, weil wenn du sagst 20, 25, dann keiner fragt nach einem genauen Datum, weißt du, dann ist es dann erstmal so, okay... Ja, erstmal für 2024 überstehen, im Dezember fragen wir dann. Genau. Und wenn die dann merken, jo, wir brauchen mehr Zeit, weil wir haben jetzt einfach 25, 25 gesagt und das könnte so in die Richtung gehen, vielleicht 26 oder so, machen wir einfach mal daraus, okay, hier, 20, 25 und dann wenn die merken, oh, wir haben nicht zu viel Zeit, aber ich... Das könnte auf jeden Fall 26 kommen, genaues Datum haben wir aber jetzt erstmal nicht, aber 26 sieht gut aus. Und dann 1. Quartal 27 ist dann der wirkliche Release. Ja, das glaube ich dann nicht, so, also, denix, also, die, also, die dürfen sich keine weiteren Verschiebungen... Ja, ich weiß. Entweder sagen die, okay, 2026, okay, äh, dann ist es halt 2026, wir geben uns aber noch kein genaues Datum, weil dann haben wir noch ein bisschen Spielraum und dann können wir dann sagen, okay, zack, da sind wir fertig, Goldstatus, hier, habt ihr das Spiel. Oder die sagen, nach diesen, nach diesen, äh, bevor die, äh, ne, ne, ne Verschiebung machen, sagen die dann einfach, wird auf unbestimmte Zeit einfach verschoben. Und das ist das Klügste, was die machen. Ja, eine unbestimmte Zeit verschieben ist immer das Klügste. Ja, immer. Das ist komplett. Cyberpunk hat da richtig reingeschissen. Wenn die merken, okay, wir haben keine, das Spiel ist todesverpackt. Aber Cyberpunk ist jetzt richtig gut geworden, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Es ist wieder ein neues, riesiges Update gekommen, 2.1. Ja, hab ich mitbekommen. Ähm, wenn die dann sagen, yo, das Spiel ist nicht mal im Ansatz fertig und wir haben es nicht mal gepolished, dann heißt es nicht, yo, wie verschieben ist ein halbes Jahr. Aber, das war ja nicht mal ein halbes Jahr, die haben irgendwie ein paar Monate gemacht und dann wieder eine Verschiebung und dann wieder eine Verschiebung. Bro, dann sagt ihr einfach auf irgendeine bestimmte Zeit, das war viel zu früh draußen. Ja, ungefähr so zwei Jahre zu früh. Ich meine, du merkst jetzt, zwei Jahre später, es ist gut. Tears of the Kingdom hat ein Jahr Polishing bekommen. Das letzte Jahr war komplett Polishing. Sieht man ja. Ja. Das ist ja gar kein Bug. Ich hab nichts gesehen, noch nichts hab ich gesehen. Nee, ich hab, ich bin noch nie, also in Breath of the Wild hab ich noch nie was gehabt. Da hatte ich immer so, so Flimmernglitches bei Bäumen und sowas oder die Ränder auf der, aber nur im Handhaltmodus. Ah, okay. Ähm, aber nicht mal das hat Tears of the Kingdom. Das Einzige, was man hatte, waren halt einfach die Framer in Brüche, aber, Digga, das ist, das ist schuldig, das ist die Switch halt. Die ist vor sieben Jahren rausgekommen und da war sie schon veraltet. Um Jahre, Jahre veraltet. Hat Tears of the Kingdom geleckt? Ähm, nee, aber der Gefühl hatte, dass trotzdem weniger Nebel als Breath of the Wild kann es sein. Also dieses Blur im Hintergrund. Boah, ich weiß es nicht. Dieses Milchke. Ich hab keinen Plan mehr. Aber ich hab keine Framerate-Einbrüche bemerkt, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ähm, GTA 6. Hast du noch was zu sagen? Ähm, ich wollte auf jeden Fall sagen, dass ich mich drauf freue, weil ich werde ab dem Zeitpunkt, wo die ersten Sachen zu GTA Online kommen. Ähm, aber jetzt nur für die Story und wenn die sagen zum Beispiel, GTA Online kommt erst ein Jahr später raus, dann werde ich mir GTA 6 nicht zu Release kaufen, Bro. Krass. Also für mich ist der einzige Kaufgrund für ein weiteres GTA der Online-Modus. Ja. Also ich werde es wahrscheinlich sowieso zu Release spielen können. Also ob ich das kaufe oder nicht kaufe, ich hab die Möglichkeiten. Ja, ich hab jetzt auch eh eine Konsole, das heißt von irgendjemand krieg ich es eh geshared. Ja, würde ich gerade sagen. Also geshared bekomme ich es sowieso, ne, weil ich das, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht eine Person kenne, die es sich nicht zu Release holt. Hannes und Jan werden das zu Release haben. Eben, also, we'll talk. Also ob er vielen sich das nicht zu Release holt oder ist ja auch nicht so pro GTA. Der ist auch nicht so. Also der ist so wie wir? Der ist so wie wir. Also der ist bestimmt interessiert so wie wir gerade so, aber es ist jetzt nicht so. Boah, also ich würde mich noch nicht interessiert nennen, sondern ich bin so, nur eine Stunde drunter. Komm, ich glaube, wir können uns alle eine, okay, sorry. Ich bin so eine Stufe drunter, dieses, ich, ich, nicht interessiert, sondern so, ich habe so, ich bin so, ja, ich, Rockstar, du bringst nur das Spiel raus. Und ich sehe das und ich freue mich auch für dich. Du drehst dich nicht um, du hörst, du hörst von Weitem zu. Ja, genau, genau so. Ich höre einfach still von Weitem zu, bis Online-Modus kommt. Und wenn da nicht das kommt, was ich sehen will, dann gar nicht. Ja, aber ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube, jeder von uns wird auf jeden Fall in den Online-Modus gerne reinschauen. Komplett. Und wenn wir nicht zusammen da rein starten, mit zusammen Charakter erstellen, dann bin ich traurig. Also streamen würde ich das sowieso. Und ja, wir müssen das auf jeden Fall in einer großen Truppe dann alle mal rein. Komplett alle. Wenn ab dem Zeitpunkt, wo GTA Online ist, müssen wir eigentlich alle sammeln. Alle. Kompletten Server muss nur unsere Gang sein. Ja, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich habe jetzt auf jeden Fall Lust, die anderen Teile mal nachzuholen. Und bis dann habe ich auf jeden Fall Zeit. Mal gucken. Also, ich bin guter Dinge fürs Erste und ich hoffe, die verkacken es nicht. Ich sage dir auf jeden Fall, ich werde kein GTA jemals wieder anfassen, bis 6 kommt. Ja. Genauso wie bei Red Dead und deswegen. Okay, so viel zu GTA 6. Ich hoffe, wir bekommen in Zukunft mehr Informationen. Und das findet ihr wieder bei uns auch wieder in einem Podcast-Format heraus. Okay. Oh, das war eine gute Wertung. Was? Werbung? So, letzte News ist, also das ist jetzt nicht wirklich eine News, sondern, ja, wir kommen eigentlich zu den Spielen, die wir jetzt eigentlich gezockt haben, die letzten Tage. Und zwar fange ich mit einem Spiel an, was wir beide gespielt haben. Und zwar das neue Fortnite Chapter. Oh, ja. Fortnite Chapter 5 Season 1. Genau, ist jetzt vor zwei Tagen rausgekommen. Zwei, drei Tagen? Vor zwei Tagen. Okay. Also Sonntag kam die. Und jetzt ist Dienstag vor drei Tagen. Genau. Und es gab einige Neuerungen, wie zum Beispiel, wie immer, natürlich einen neuen Battle Pass. Auf jeden Fall muss man über... Komplett neue Map. Eine komplett neue Map. Ich wollte nochmal kurz Battle Pass ansprechen. Ist jetzt nicht so interessant, bis auf zwei Charaktere. Und das macht das... Macht den kompletten Battle Pass sehr interessant. Ja. Und zwar Peter Griffin, der ja komplett mit Memes vollgeballert wurde. Also der wurde... Dem wurde viel, viel Liebe gegeben. Ja. Ihr bekommt Peter Griffin nur in einer shredded, buffed up Form. Aber auch zwei Versionen. Einmal in seiner normalen Klamotten. Drei Versionen. Ein Anzug, meine ich. Ach ja, Anzug, seine normalen Klamotten und Gold. Genau, der goldene Skin. Und die danach kommen... Es kommen ja noch wahrscheinlich welche, die so... Ja, es wird wahrscheinlich so viele Peter Griffin-Varianten geben. Genau. Aber ich glaube, das sind auch nur Varianten, oder? Ja, ja. Das wird dann wahrscheinlich mal das Elite-Dinger da sein. Nein, also ich glaube, Peter Griffin ist einzeln und Peter Griffin Anzug ist einzeln. Und der goldene. Und Anzug hat halt Gold, Silber, solche Sachen. Gibt es nicht einen normalen schwarzen Anzug, einfach einen ganz normalen Schichtanzug? Ja, und ich glaube, seine Version... Der golden ist so diese mit den Platten und sowas. Da gab es so eine extra Folge für. Oh, echt? Ja. Habe ich gesehen auf TikTok. Oh, okay. Wusste ich gar nicht. Ach so, das ist auch der, der auf der Map rumläuft, ne? Wo du die Medaille bekommst. Ah, okay, okay. Der sich einfach one-shotten kann, ne? Der hat die stärkste Shotgun im Spiel. Ja, ich weiß. Die one-shot-Shot, die ist einfach krass. Die ist einfach krass. Die hat einfach Medaillant und die One-Shot. Also die One-Shot macht sie, wenn du halt kein Schild hast. Ich glaube, die macht so 190 oder so. Ja, also beim Mitbauen. Einmal für euch zur Erklärung. Also es gibt auf der Map, auf der Battle Royale-Map, gibt es mehrere Charaktere, also Bosse, die jeweils eine eigene Base haben mit NPC-Charakter. Und wenn ihr den Boss gelegt habt, bekommt ihr die Waffe, die ihr habt. Also eine mythische Waffe. Mythische oder? Ne, das ist eine mythische Waffe. Mythische Waffe. Und ein Medaillon, was euch, äh, Luca denkt gerade nach. Ich glaube, es heißt wirklich mythisch. Ja. Und ein Medaillon, was, äh, permanent Schild regeneriert. Aber dich komplett riesig auf der Map anzeigt. Genau. Und, ähm... Ich hab's auch gesehen, ich glaub, was du sagen willst, wenn du mehrere Medaillons hast, wird der Kreis immer kleiner und man kann euch perfekt sehen auf der Map. Ja, das wollte ich grad sagen. Also umso mehr Medaillon ein Charakter hat, umso kleiner wird der Kreis dieses eine Charakter. Genau. Und wenn ihr zu viert spielt und jeder hat eins, dann habt ihr halt vier riesige Kreise auf der Map und der ist halt so groß wie eine komplette Stadt. Also der ist zwar riesig, aber der ist nicht präzise. Also das heißt nicht, dass ihr in der Mitte des Kreises seid. Aber umso mehr Medaillons ihr nehmt, wird der Kreis kleiner und der wird auch mehr zentriert in die Mitte des Charakters. Ähm, ich hab's zwar nicht getestet, aber ich geh mal davon aus, umso mehr Medaillons du hast, umso schneller regenerierst du Schild. Das haben wir bis jetzt immer noch nicht herausgefunden. Aber ich kann's mir ja nicht anders vorstellen. Sonst ist es ja voller Nachteil. Aber du kriegst immer pro Tick fünf. Ja. Das ist ja geisteskrank. Aber du kannst, ähm, halt mit den Medaillons musst du ja auch die ganzen Tresore aufmachen, weil der scannt ja diese Medaillons. Also ich meine, Vorteil ist natürlich für die ganzen Tresore klar, aber ich meine, du kannst ja dann immer noch ablegen, wenn die ja nicht wirklich viel Sinn machen, wenn du Solo spielst. Aber ich geh mal davon aus, auch ein Pluspunkt ist, damit andere das nicht haben. Ja, erstens das und zweitens ist doch geil, wenn alle auf dich zukommen und du jemanden suchen musst. Ja, true. Finde ich auch cool. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, neue Season, ne, Grafik war heute wieder ein bisschen aufgehübscht. Ähm, es gibt komplett neue Charakter-Animationen. Also, ihr habt, äh, eine neue Schleich-Animation, ihr habt, äh... Und warum haben wir eine neue Schleich-Animation? Weil es natürlich auch noch einen Charakter gibt im Battle Pass. Und zwar Solid Snake. Und der wirkt auch sehr Solid Snake-kickig. Oh mein Gott, mit Voice Crack. Das war wirklich ein gottloser Voice Crack. Ey, Tom und Asil seid maximal schlimm. Asil ist, aber... Asil, ey, als wir das letzte Mal geredet haben, also wir drei, nee, stimmt gar nicht, ich war mit Hannes. Ja, ja. Hannes, ich und Asil haben... War Gott, du übelst du. Es war wirklich jeder Satz mindestens zwei Voice Cracks. Er kam gerade frisch von der Arbeit mindestens einfach zwei Voice Cracks. Jeder Satz. Das ist bei ihm echt schlimm. Das ist bei ihm wirklich schlimm. Und die haben auch noch so ein Roblox-Horror-Game gespielt. Und dann hat er angefangen zu schreien mit Voice Crack und so. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt einen Solid Snake und Schleichen wirkt dann viel zu sehr Solid Snake-iger. Das hört sich so falsch an, wie ich das gerade gesagt habe. Metal Gear-mäßig wäre vielleicht das Wort, was du suchst. Ähm. Und, äh, was gibt's noch genau? Eine neue G-Animation. Ähm, weil ihr könnt euch, also auch, also eine normale... nach vorne, nach hinten, links und rechts, äh, G-Animation. Ähm, gibt's noch mehr? Ach ja, stimmt. Ihr könnt mittlerweile richtig klettern, ähm, like Assassin's Creed, aber nur bei Punkten, wo es funktioniert. Da seht ihr so komische Holzbalken. Ähm, und... Voll unnötig, muss ich ehrlich sagen. Ja, sehr unnötig, weil ich dachte, man kann überall so klettern. Und das ist aber hauptsächlich für den Baumodus, weil bei den Bauwänden weniger, also Türme quasi, kannst du komplett hochklettern. Ja, ich weiß, weil es ja jede Platte quasi so einen Griff dann hat. Genau. Und das ist, glaube ich, für die Leute, die wahrscheinlich zu schlecht im Bauen sind, aber gerne die Bauwände spielen wollen, damit du da... Ja, einfach ohne Bauen spielen. Ja, einfach, wirklich. Aber ich glaube, vielleicht auch wegen sowas wie, äh, Ranked. Ja, aber einfach ohne Bauen spielen. Ja. Also, also für die Leute, die Bauen gerne spielen, ist es wirklich wahrscheinlich ein dritter Narsch, weil das fuckt die wahrscheinlich wirklich ab. Ja, aber finde ich auch gut, weil das Bauen einfach nur nervig war. Das ist die größte Kritik an Fortnite schon immer gewesen. Ist es auch, aber wir haben ja Null Bauen und wir sind ja dann nicht betroffen. Ja, deswegen habe ich auch kein Problem. Genau. Und das ist ja dann bei Ranked... Also, ich kann es verstehen, dass es nur Bauen, also, dass es Bauen in Ranked... Also, nochmal, dass es kein Null Bauen in Ranked gibt, weil, wenn du schon Ranked spielst, dann musst du ja schon das Ursprungsspiel, wo die Leute ja so richtig reinschwitzen, wie Bauen und sowas, hier alles... Also, du musst ja krass bauen können und auch noch krass aimen können. So. Ja, aber, also ich sage dir ehrlich, du hast schon alleine, selbst wenn du keinen Aim hast, wenn du gut bauen kannst, maximalen Vorteil. Maximalen. Jein. Du bist halt oben, Bro. Klar. Und dann musst du halt sechsmal schießen, anstatt einmal, um den zu töten, aber trotzdem muss er von unten nach oben schießen. Ja, gut. Aber wenn der Kack-Aim hat, hat er Kack-Aim. Ja, true, aber du weißt, was ich meine. Ja, true. Wie viele Leute mit Kack-Aim haben uns schon getötet, nur weil sie Highground hatten? Ja, so jede zweite Runde, Bro. Was gibt es noch so Neues? Ah, ja, genau. Es gibt Waffenaufsätze, also ihr könnt in einem Crafting-Table, die ihr nur finden könnt, wenn ihr die Medaillons habt. Also da gibt es extra so Schlösser. Kennt man vielleicht aus Kapitel 4 ab Season 1, das sind ja diese Heists gewesen, da konnte man Boss töten. Nee, Kapitel 4, letzte, glaube ich, den ganzen Season war das mit dem Heist. Aber du konntest doch schon immer diese Tresorräume öffnen. Ja, aber nicht so. Achso, ja, aber du konntest halt so einen Boss killen, da hattest du so eine Schlüsselkarte, gehst da hin und dann gab es da halt ein paar epische Truhen, Geld und noch irgendwas. Genau. Und dasselbe gibt es jetzt auf der Basis auch, nur dass du da halt Peter Griffin zum Beispiel töten musst. Genau. Und dann gibt es dann halt einen Crafting-Table und da gibt es dann nochmal erstmal vier geschenkte Waffen, die ihr an der Wand sieht. und dann nochmal ein paar Truhen und sowas, eine epische Truhe und ein paar goldene. Und, aber interessanter sind eigentlich die Waffen, die schon an der Wand sowieso schon sind, weil die könnt ihr dann auch nutzen oder die, die ihr sowieso im Inventar habt, könnt ihr dann aufmotzen und es gibt recht viele Aufsätze für jeweilige Sachen. Also es gibt vier verschiedene Zielfernrohr, also einmal ohne, dann Red Dot, dann mal zwei, mal vier oder was auch. Also ein ACOG mal zwei Visier und mal vier Sniper Visier. Du hast, ähm, bei den Magazinen hast du die Auswahl zwischen Trommel- oder Schnelllademagazin. Du hast bei dem Unterlauf, hast du entweder diesen vertikalen Griff, den Frontgriff oder den, das Laservisier und bei der, beim Lauf hast du Schalldämpfer oder Mündungsfeuerbremse. Heißt du so? Mündungskeuerbremse? Ja, auf jeden Fall das, was ein bisschen den Rückstoß reduziert und dein Mündungsfeuer kleiner macht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich war erst so, boah, Aufsätze, ich krieg Blackout-Vibes, Aufsätze liegen auf dem Boden und du versuchst eine Waffe aufzusammeln direkt zum Start der, äh, der ganze Runde und dann findest du nur Aufsätze und keine Waffe, weiß ich nicht, was ich davon halte. Aber, haben die gut gemacht. Weil es gibt keine Aufsätze zu finden. Genau, die müsst ihr einfach, ihr müsst eure Aufsätze immer nur in den Crafting Terrible ändern. Ja, oder man findet halt auch Waffen direkt mit Aufsätzen. Also jede Waffe hat random Aufsätze, bei Grau meistens keine, ab Grün dann. Ja. Und, ja genau. Und die zahlt halt einfach Gold, also diese Goldbahnen, die ihr im Spiel findet. Aber man kriegt dieses, die sind echt viel, ne? Ich hab nur Sonntag richtig viel gespielt und dann die anderen Tage so ein bisschen und ich hab einfach schon zwei, zweieinhalb K. Aber ich bin verwirrt, warum die, äh, Perks weg sind. Ja, weil die zweiten Perks alle gehasst haben. Ja, so, ich fand's auch nur, ich fand's einfach lästig, also ich, ist mir eigentlich egal, dass die weg sind, so. Aber als die Perks sich geresettet haben, wo die neuen Perks drin waren, da war's echt kacke. Also da haben die nur noch genervt, weil ich war so, ja, dann nutze ich die lieber nicht, da hab ich doch viel mehr. Ja, gab einige Perks, die waren viel zu OP und dann gab's welche, die waren einfach nur nervig. Nein, in der zweiten Dings war gar nichts OP. Ich fand schon einiges, ist schon echt krass. Was denn? Also alleine. Eifsschlittern, oder was? Nein. Zum Beispiel sowas wie zwei, äh, Dings Patronen für einen Sniper. Aber das hattest du nach dem Reset doch nicht mehr. Was denn? Es gab ja drei. Doch, 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 gab's schon verlaufen. Es gab, ja genau, es gab drei verschiedene Perks, äh, quasi Listen. Die allererste war alles OP, die zweite war alles Kacke und bei der dritten war dann halt irgendwie so von den ersten beiden gemischt. Ja, gemischt, aber dann hast du halt viel Kacke und viel Gutes und wenn du nur Kacke ziehst. Ja, deswegen sag ich so, seitdem das erste Perksystem nicht mehr da war, sind die anderen beiden Kacke gewesen. Also das war für mich so oder so schon einfach lästig ab da. Ja. Was haben wir noch Neues? Ähm, ich glaub, du hast alles gesagt. Äh, also das neue Mobility Item ist zum Beispiel so ein Kunai mit Schwert. Klar, aber das ist eines der coolsten Sachen, das sind ja die neuen Movement Mechanics beim heilen. Oh, stimmt. Das ist das Beste. Also das Einzige, was nervt, ist, dass du Heil-Items nicht mehr canceln kannst, weil sie sind sofort verbraucht dann. Aber, ähm, Medikits und die Getränke, also der Biggie heilen dich quasi, das dauert eine halbe Sekunde, bis es anfängt und dann heilt es dich den Betrag, den es macht, also ein Biggie 50, aber er macht nicht sofort auf einen Schlag 50, sondern du trinkst die ganze Zeit dabei und dann füllt es dich mit der Zeit, das heißt, du könntest jederzeit das canceln und dann quasi einfach sagen, jo, der Biggie hat mich jetzt bis 30 nur geheilt, aber jetzt kommt ein Gegner, ich kann schnell canceln, hab dann die 30 und kämpfe. Ähm, und du kannst dich da währenddessen bewegen, während Medikit und Biggie. Und auch während Kleine, ne? Die brauchen auch, jetzt war ein Voicecrack, hast du das gehört? Ähm, die brauchen immer noch zwei Sekunden und die füllen sofort 25 wie früher, aber du kannst dabei laufen. Das find ich so gut. Ja, das ist wirklich gut. Aber du kannst bei Bandagen immer noch nicht laufen. Jaja, das find ich nicht gut. Aber Bandagen sind immer noch, die fasse ich mit der Kneifzange nicht an. So ein Ding. Ja, also, ich find insgesamt das neue Update richtig cool, also ich bin froh, dass sie weg von der OG Season sind, also die hat mich einfach nur noch gegen Ende super gelangweilt. Aber sie war ja auch nur einen Monat. Mhm, aber hat sich so angefühlt wie eine halbe Ewigkeit. Ich schwöre, weil Kapitel 4 am Ende war richtig cool und dann kam einfach OG Season und ich bin so, ja Bro, OG Season hat mich noch nie gejuckt, weil ich war bei OG nicht dabei und das ist alles hässlich. Chapter 4 war aber auch geisteskrank. Ja, ich hab ja am Chapter 3 ganz am Anfang richtig viel gespielt mit dir. Ja. Dann hatten wir so, gegen Ende von Chapter 3 war irgendwie nicht so geil und dann ab Chapter 4 war dann halt wirklich richtig spaßig und das Ende von Chapter 4 war richtig, richtig gut. Ja. Ich fand's auch cool. Und Chapter 5 ist sehr vielversprechend bis jetzt. Ja, find ich auch. Also, es könnte, meine Lieblingschapter bis jetzt ist Chapter 3, wo wir quasi wieder angefangen haben. Ja. Ähm, wo das erste Mal die Trommelschrotflinte und so drinne war. Ja. Und das mit den Zeppelinen und sowas. Ja. Und den Jetpacks und das, was es jetzt ist, könnte, hätte Potenzial wieder genauso gut oder besser sein zu können. Ja. Also, ich bin ja gespannt auf Snake, weil da kommt ja erst so in 50 Tagen. Und dann kriegen wir auch das Item Karton, dann kann man so aus Kartons rauslaufen. Ja, also, für euch nochmal, es gibt halt Solid Snake aus Matty G2 als Rückenaccessoire. Und ich hab's ja doch gesagt, weißt du noch? Was? Dass es, äh, einen Mark II als Rückenaccessoire kommen wird. Kommt? Ja, wirklich. Jawohl. Jetzt einfach gecallt. Der Mark II ist ein paar Mal weiter. Ähm, es gibt einen, äh, glaube ich, Nachtsichtgerät war das irgendwie. Also Snake, Matty G2 Snake und dann zusätzlich Nachtsichtgerät. Also wie Plissken halt das erste Mal, wenn man ihn sieht, wo er das so hochschiebt. Okay. Ähm, dann gibt es, äh, als Hängegleiter, was ich super seltsam finde. Ich hätte gedacht, es gibt dann hier diese komischen Drohnen. Ah, oh mein Gott, ja, ich weiß nicht. Die es auch in Smash gibt. Also, ja genau, die, die Matty G2 Drohne. Genau, sind's aber nicht. Das sind die, äh, du kennst du, du kennst du noch den... Sind's wenigstens die Matty G5 Ballons? Ne, das wäre auch witzig gewesen. Ja. Aber das sind tatsächlich, was auch gut passt, aber hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil die sind nicht so ikonisch wie, wie, wie die Drohne zum Beispiel. Ähm, du kennst doch bestimmt noch den Matty G4 Boss, äh, der in der Luft schwebt, in Deutschland, da wo du mit der Sniper ihn besiegst, in dem, in diesem Poem. Der, der Vogeltyp. Genau. Also du hast ja, Vulture heißt der. Was ist das für, alles Frauen? Ja. Ah ja, der Boss, meine ich. Ja. Weißt du, ist das nicht so? Ich kann mich gar nicht mehr in Ihren Namen erinnern. Also es gab, ja, diese, hm, Mantis oder hm, Vulture, hm, die ist halt ein Geier. Ah, okay. Genau. Die Flügel gibt es da quasi als Hängegleiter und sehen ja recht cool aus. Also so auch wie diese fliegen gegen den Gegner aus Rising. Die sind ja quasi an den angelehnt. Vielleicht sind es sogar die... Das können ja genau die Flügel sein, ja. Ähm, ansonsten, was gibt's denn noch? Äh, zusätzlich, äh, die Spitzhacke ist glaub ich, also, ich kann's dem nicht anders das vorstellen, aber sieht aus wie das Kampfmesser von Snake und nun super groß wahrscheinlich. Ah, vielleicht, dass du quasi einfach mit den, ja es gibt ja jetzt einen. Ja, woher hat man nicht einfach Ryans King genimmt? Ja, das macht ja mit Snake nicht so viel Sinn. Ja, aber der hat die schon in der Hand gehabt. Ja, stimmt. Also so ein riesen Knife sieht schon dumm aus. Ja, aber das ist Fortnite, Bro. Ja, ansonsten. Deswegen, also meine einzige Kritik an Solid Snake ist auch, dass der so Fortnite-y aussieht. Ja, also mein Super-Highlight ist nicht nur, also das ist auch im Grund mehr, aber nicht der große Grund ist Salt, ne hier, Salt Snake als Old Snake aus Metal Gear 4 und der sieht halt super gut aus. Der ist weniger Fortnite-mäßig. Ja, das ist gut. Und dann werden wir alle Old Snake spielen. Ich glaube, das wird so ein Ding sein, dass wir alle, die erstmal spielen und dann bin ich so der, der, ich bin dann der Typ, der den andauernd benutzen darf und ihr könnt euch verpissen. Ja, ich werde eh wieder zum Master Chief wechseln. Ja, eben, weil es wird immer Master Chief. Jetzt habe ich meinen Charakter, den einen Charakter, der wird Ariana Grande schön ersetzen und der wird dann immer mein ikonischer Charakter sein. Ja, für mich wird es immer Master Chief bleiben, Bro. Ja. Also ich bin ja auch der Einzige, also von meinen Jungs, hier von Hannes, von euch niemand hat den Master Chief. Erstens das und zweitens, ich bin der Master Chief. Hannes wird ihn auch ein paar Wochen spielen und dann wieder ersetzen. Ja, true. Ja. Müssen wir irgendwie hinkriegen, dass das Ziel den nicht nimmt. Wenn du Old Snake nimmst, wäre ich wahrscheinlich die ganze Zeit, während ich mit dir spiele, das tolle Snake. Na gut, das könnte man auch machen. Ach, so cool. Ich freue mich so sehr drauf. Weißt du, was ich hoffe? Hm? Dass wir, ab dem, ist ja bei Eren Jäger auch so gewesen, dass wir im Shop halt noch vier weitere Skins bekommen. Und ich, ich ich spüre... Späte zu Risen. Ja? Und du willst Venom Snake? Nein. Geil Boss? Nein. Warte, lass mal. Du willst nicht Colonel? Nein. Das wäre cool, aber nein. Wer hat den Witz gemacht? Hannes. Okay. Hannes war so, ich will Colonel. Ocelot? Nein. Liquid? Nein. Auch nicht Solidus? Quiet? Nein. Oh, das wäre richtig geil. Daran habe ich nicht mal gedacht. Daran würde ich aber nicht mal machen, als in dem Engel, zu dem, die ich gerade gesagt habe. Warte, wen habe ich denn vergessen? Huey Emmerich. Oh! Ja, OrderCon würde das. Das wäre süß. OrderCon. Es ist ja auch der Mark Zvoderer. Ja. Das muss... Also guck mal, ist es... OrderCon und Raiden würde es fehlen. Ja, OrderCon, Raiden müsste rein. Dann müsste eigentlich Big Boss mit Old Boss sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir Big Boss noch bekommen. Ja, genau. Vom Metal Gear 3 Remake. Genau. Aha, du meinst später noch. Ich glaube, das haben sie sich aufgehoben. Ich habe mir das vorgestellt. Ich habe mir gedacht so, hä, warum zum Fick? Weil jetzt müsste doch perfekter Zeitpunkt sein, um Metal Gear 3 zu promoten. Also dann nutzt doch Metal Gear 3 Snack. Und da habe ich mir so, aber es ist doch zu früh. Ja, weil Delta kommt ja noch. Weil Delta kommt ja noch. Und deswegen nehmen sie den ikonischen Snake, nur abgeändert in zwei, damit man sagt, ey, guck mal, jetzt kam gerade die Theologie raus. Ja, ja. Erstens das so und zweitens, ey, das ist der Guy from Fortnite. Die Leute kennen ihn mittlerweile. Weißt du? Ah, der Guy from Fortnite, stimmt. Ja, und es ist halt so wie bei Smash. Es ist halt einfach ein Werbespiel. Es ist auch nicht dieser Bösewicht bei diesem komischen hier Thor. Kennst du diese Filme mit Batman, diese große Lilane? Das ist nicht auch der Guy von Fortnite? Weißt du, ich kann mir schon vorstellen, dass es so in die Richtung geht, weil Fortnite ist ja mittlerweile einfach nur eine Werbetafel, was das angeht. Ja, true. Immer. Ja. Es ist halt wie bei Smash. Es ist halt einfach so. Smash ist auch einfach eine Werbetafel. Ist so. Ja, leider. Also, das heißt leider, also am Ende des Tages sind wir ja froh drüber, weil wir coole Charaktere bekommen. Ja, true, aber... Ist ja jetzt nicht so, als hätten die jetzt zum Beispiel Final Fantasy XV-Style Cup-Nudeln drinne. Ja, es gab ein paar Cup-Nudeln-Placements. Ja, es gab Monster in Death, so ein Ding. Also, was soll ich dir erzählen? Das finde ich aber wiederum nicht so schlimm. Ich finde es richtig lustig. Ja. Da gab es eine extra Mission für. Okay, das war auch lustig. Ja gut, man kann es auch irgendwo lustig machen. Ähm, im Prinzip... ... ist Kalorienmade drinne. Ja, Placements sind jetzt aber prinzipiell gar nicht mal so schlimm, fällt mir da drauf. Ne, sind sie auch nicht, aber das Ding ist, ich hab's in Smash gelernt, dass wenn man sich zu viel wünscht, man nur auf die Fresse bekommt. Ja, true. So, alles ab Steves Kacke. Sorry, Sora hat das Spiel kaputt gemacht, Kazui hat das Spiel kaputt gemacht, Steve hat das Spiel kaputt gemacht. Ja, Schnauze denn. Ja, Bro, guck mal, die sind alle gut. Ich will's einfach zum Spaß spielen. Ja, aber hör zu, die sind alle gut, die Charaktere, aber zu gut, weil sie haben Powercreate, weil sie haben unendlich viele Fähigkeiten. Ja, aber... Dann mussten die die guten Charaktere anpassen, damit die an die DLC-Charaktere machen und die schlechten Charaktere haben sie einfach nicht verbessert. Ja, Bruder, aber das ist einfach nur die Schuld daran, dass man das Game nicht perfekt balanced und auch nicht gut mit Updates versorgt. Ja, weil Nintendo cringe ist. Die haben's einfach... Nur weil die nichts mehr monetarisiert sind, einfach getötet. Ja, und die haben auch keine... Die erlauben keine Turniere mehr von Zweitanbietern, Drittanbietern. Egal, Nintendo cringe. Bruder, sag mal so, ne? Ich bin froh, zu Tekken gewechselt zu sein, sag ich dir ehrlich. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn das dann den Spielfluss fördern würde, wie Updates und so, Bruder, ich werd erwachsen und ich merke so langsam, dann kann man das Game auch weiter... Dann hätte man das mit Skins und so Kram monetarisieren können. Ich fänd's nicht schlimm. Wenn wir dann einfach... Ich fänd's geisteskrank. Wenn wir nicht weniger bekommen, sondern einfach nur mehr und uns nichts weggenommen wird... Ach, Digger, mach doch. Ja, deswegen sag ich ja, das ist scheißgeil. Bro, ich hätt schon Bock auf ein paar neue Cloud-Skins oder so. Ja, stell dir mal vor, du könntest einfach so ein Jahr später, kriegst du Metal Gear 5 Snake, Metal Gear 4 Snake, Metal Gear 3 Snake. Metal Pass, mein Gott, mach einfach irgendwas rein, so... Halt doch. Aber weißt du, wie Nintendo monetarisiert? Einfach wenig. Aber das funktioniert aber auch nur bei so einer Art von Spiel. Okay, also... Ja, wie Tekken... Also ja, also einfach Spiele, die du halt Multiplayer oder mit Leuten viel spielen kannst. Weißt du, was ich... Wo waren wir eigentlich im Thema? Warte, wir müssen mal wieder zurückkommen. Du hast aber nicht geredet. Fortnite. Fortnite. Okay, wir kommen gleich nochmal... Wir kommen gleich wieder zurück zu Fortnite wegen dem Super Smash-Thema. Ähm... Ich hab's vergessen, Digga. Egal. Egal, weiter. Fortnite wieder. Fortnite. Ja, Fortnite. Ähm... Ja, das war's eigentlich, glaub ich, ne? Mhm. Also, wir haben über Gameplay geredet, ist cool. Über die Karte geredet. Die Karte ist relativ unspektakulär. Aber ich find's jetzt auch nicht so... Ja, weiß ich nicht. Es ist überall droppen... Also, guck mal, das ist wie in der OG-Season. Es gibt weniger... Also, gefühlt weniger... Places. Places mit Namen. Aber dafür sind die Places mit Namen größer und alle gleich gut. Ja, sind sie, aber die sind irgendwie gar nicht abwechslungsreich. Ja, sind halt auch alle gleich. Aber auch halt gleich gut. Ich merke tatsächlich, dass ich mich schon sehr langweile von der Karte. So, ich find's jetzt nicht so schrecklich so, aber... Es ist halt sehr wenig Abwechslung. Also, ich fand halt wirklich, Chapter 4 war halt schon cool. War das mit unserem Drop-Point, mit unserem Dorf hier, Deutsch-Dorf? Genau, da gab's jetzt Deutsch-Dorf und dann noch Cyber-Tokyo da und... Ja, da hatten wir halt auch Orte, wo wir gesagt haben, ja, man, da ist gut, da wollen wir hin. Aber das hab ich in der neuen Season bis jetzt noch nicht. Für mich sind so, ja, bitte sucht ihr aus, wo wir droppen, scheißegal. Ich find ganz ehrlich, das Highlight, und das war noch nie bei Fortnite so, ist halt wirklich das Snowy-Gebiet mit dem Schneesturm und so. Es ist einfach nur hübsch. Ja, also generell haben wir echt hübsche Orte da, aber... Ich weiß, was Leute gemacht haben. Die haben so Ultra-Einstellungen gemacht und ein bisschen, äh... Glaub ich, mit den... Mit den, äh... Shailern ein bisschen rumgespielt und so, ne? Und dann haben die einfach Kratos genommen. Äh, ich glaub, das hat ausgeblendet, ne? Und durch den neuen Movement läuft er einfach ganz normal wie Kratos... Wie man Kratos halt kennt. Geil. Das sah einfach aus. Ich geh doch vor. Oh mein Gott, geil. Ja. Das ist echt cool. Ja, gab auch schon so Vergleiche wie so dieses typische GTA-Laufen und so. Oh shit, here we go again. Ja. Ja, gut. Was... Was... Kommen wir zu den Spielen? Wir kommen zu den Spielen. Und ich glaube, das ist sogar das Letzte, über was wir heute reden, oder? Ich guck mal, was war... Also, ich hab noch ein paar Animes. Also, ich hab ein Spiel und ein paar Animes. Okay, dann, ja, ich hab tatsächlich nicht viel gespielt, um ehrlich zu sein. Ich hab halt nur ein bisschen halt Fortnite gespielt. Ja, same. Und ein bisschen halt gestreamt, ne? Und das, was ich gespielt habe onstream, war halt einfach Returnal. Und jetzt konnte ich mal Returnal so richtig spielen. Also, ich hab's ja hier mit euch sogar schon gespielt. Ich bin mit mir, ich glaub, schon mal im Stream. Mit Boran. Ja, also, ich hab auf jeden Fall im Stream ein bisschen was gespielt und dann Boran abgewechselt. Und so richtig ausführlich viel, seitdem hab ich das dann auch nie wieder gespielt. Ausführlich hab ich es ja auch noch nicht gespielt. Genau. Und das war das erste Mal, wo ich das richtig gespielt hab. Und als ich das alleine gespielt hab, war das so für mich so, mäh, ne? So, hm. Ich meine, ich bin ja sowieso, also vorweg, ich bin gar kein Roguelike-Fan. Ich liebe Roguelikes. Warte, was heißt der Roguelite, oder? Je nachdem, also, äh, ich glaube... Also, es gibt einen Unterschied zwischen Roguelike und Roguelite. Okay. Roguelite... Also, alles Dinge, wo du Sachen freischalten kannst während des Runs für danach, ist, glaub ich, ein Roguelite. Und alles, wo du quasi, wie Spelunky, ist ein Roguelike. Okay, dann ist es ein Roguelite. Ja, weil du Sachen freischaltest. Also, das könnte auch andersrum sein. Münzt mich nicht drauf, keine Ahnung, ich verwechsel das immer. Ähm, wie gesagt, bin ich ja gar kein Fan von, ne? Also, sowas wie Isaac oder, wie hieß nochmal dieses Kung-Fu-Spiel da? Sifu? Ja, hab ich mich auch nicht so gefühlt. Ist das ein Roguelike? Ja. Wusste ich gar nicht. Erzähl mal ein paar auf. Äh, äh, Kult of the Lamb, The Binding of Isaac, äh, Returnal. Kult of the Lamb? Ach, nee, ich mein jetzt, äh, Isaac. Ach so, ja, Isaac. Kult of the Lamb hab ich zum Beispiel gespielt. Ähm, dann haben wir noch so Sachen wie Monster Train, dann Survivor. Hier, wie heißt das nochmal? Devil Survivor. Wie hieß nochmal dieses Devil-Spiel da? Nicht, nicht, ja, dieses mäßig, äh, Vampire Survivor. Das fand ich zum Beispiel ganz cool, ne? Aber es war jetzt nicht, wo... Das hat auch ein neues Roguelike-Genre erfunden, das Survivor-Genre. Ja. Das ist was ganz Neues. Aber da kommen halt noch so Sachen wie Brotato, ähm, Enter the Gungeon, auch ganz alt. Hades. Hades, ja. Fand ich auch cool. Zum Beispiel, aber wie gesagt, das Prinzip, also, ich find die Gameplay ist eigentlich ganz cool. Ich find Hades richtig kacke. Echt? Übel, ich mag das gar nicht. Ich find das übelst überhypt. Ich find, also, ich find das, ich find, ich glaub, die ganzen Gameplays und so und die Prämisse und alles ganz cool. Aber ich glaub, ich mochte das System einfach nicht, dass ich immer alles wieder von vorne machen muss. Weil das sind alles auch Spiele, die könnten auch gleichzeitig ein Metroidvania sein. Und wie ihr wisst, mag ja Luka gar kein Metroidvania. Ähm, das weiß man einfach mittlerweile im Podcast. Ja, das ist schon cool. Also, ich mag kein Metroidvania, ich mag kein Open World, solche Dinge. Ja. Ich mag Roguelikes und Pixel-Grafik. Aber ich, und zum Beispiel, als ich ja dann Returnal gespielt hab, und ich bin ja riesen Metroidvania-Fan, da war ja auch schon die ein oder andere Aussage von mir wie, Bro, wie cool wär das, wenn dieses Spiel eine Metroidvania wäre. Weil das ist ja so Metroid-mäßig. So, auch so von der Atmosphäre. Aber ich würd's dann einfach nicht mehr spielen. Ähm, ja, und dann war ich ein bisschen genervt so. Und dann hab ich das mit Luca so ein bisschen abwechselnd gespielt. Und dann halt mit Boran und so. Und dann war aber auch schon wieder Interesse mehr da. Und als man dann schon mehr gesehen hat, weil ich hab halt, weil du musst halt schon wirklich viel, ähm, nachdenken, was du, was für Items du nimmst, weil du halt... Das erklärt dir gar nichts. Das ist krass bei Returnal. Wollen wir mal ganz kurz erklären, was das für ein Spiel ist? Bist du? Ja, kann ich machen. Also, Returnal haben wir, ähm, unsere Hauptcharakterin. Ähm, hat die Namen? Absolut keine Ahnung. Und die kommt quasi mit einem Raumschiff auf einem Planeten. Ich hab vergessen, warum. Ähm, und dieser Planet hat eine Prämisse, also quasi dieses Roguelike-Feature, dass du quasi jeden Run neu anfängst, ist in der Story eingebunden, weil es ist ein Story-Driven-Roguelike-Game. Das heißt, du hast dahinter eine viel größere Story und du könntest das komplette Spiel sogar in einem Run durchspielen. Ähm, und... Aber ist so typisch für das Genre. Ja, aber so Sachen wie The Binding of Isaac kannst du nicht in einem Run durchspielen. Ach ja, stimmt, weil du ja dann erst mal das Ende hast, so mäßig, und dann ist das richtige Ende, ne? Ja, du bist noch veraltet, Bro. Danach kommt ein Ende, danach kommt ein Ende, danach kommt ein Ende. Aber du, also du musst halt so zum Beispiel zehnmal das Ende freischalten bei The Binding of Isaac, damit du das nächste freischalten kannst. Und so neue Räume und dies und das, aber, ähm, und bei Returnal kommst du halt quasi mit dem Planeten, äh, kommst du mit dem Raumschiff auf Planeten, musst da Not landen, läufst da lang, da sind so, ist so, sieht alles so dschungelmäßig aus im Ende der ersten Welt, äh, bis du zum Boss kommst. Und dann kommst du quasi in die nächste Welt und dann bist du so ein bisschen, diese Sandwüste da, ja. Und dann läufst du da auch von Raum zu Raum und das ist alles prozedural generiert, also es gibt vorgefertigte Räume, aber wie die aneinanderhängen, ist immer random. Ja. Und du findest random Waffen und du findest, äh, also das ist typisch für das Spiel, wo, wenn das mehrere Räume... Nee, es gibt, äh, das ist typisch für das Genre, es gibt so 500.000 Räume und die werden einfach immer wieder recycelt, weil das wär viel zu aufwendig alles zu generieren. Also, die haben einmal alle Räume gebaut und der Rest macht die KI. Ähm, und, äh, du läufst quasi bis zum Ende, bis du die Story durch hast, du kannst durch mehrere Runs dann Sachen freischalten, ähm, Waffen kannst du upgraden, indem du sie oft spielst, du kannst dann quasi auch Perks dadurch leveln, indem du sie oft spielst, du kannst Story, mehr Story-Elemente freischalten, indem du Sachen in dem späteren, ähm, Spielverlauf findest und dann wieder, weil du neuen Run startest, das alte Sachen findest und die dann plötzlich benutzen kannst, also es hat so Metroidvania-Features, wie, du kriegst ein Schwert, nachdem du den Boss das erste Mal besiegt hast, den ersten, kriegst du auf jeden Fall ein Schwert, dann kannst du Ranken nicht zerstören. Nee, du bekommst das sogar schon vorher. Ja, kann sein. Und dann gibt's auch noch so Ranken, äh, du kannst auch noch mit so einem Enter haken und so, schaltet man noch frei und... Dann bekomm ich den? Äh... War schon mein Boss? Vom zweiten. Ich glaube, wenn du den zweiten schaffst. Oh. Okay. Ich habe, aber so, also ich habe den zweiten nie geschafft, deswegen, ich hatte den auch nicht. Ich muss dir auch gleich was dazu erzählen, ja. Und, ähm, ja, ja, das war das Spiel, also das ist ein Third-Person-Shooter, Roguelike, geht, wo du gegen so Fabelwesen-Monster, die alle wie so schwarze... Äh, äh, es sieht eigentlich alles aus wie Wurzeln, bisschen wie Remnant vom Design, wenn euch Remnant was sagt. Genau, alles sehr düster und... Aber nicht unangenehm düster, sondern denkst dir die ganze Zeit, oh damn, das sieht alles echt interessant aus, bis du dann zu so nebeligen Scheiße kommst und dann überall Viecher auf dich ballern und... Ja. Apropos Monetarisierung von eben, ich glaube, das wäre auch eines dieser Spiele, die hätte wahrscheinlich Monetarisierung gebraucht, damit es mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil ich finde das super schade, dass es kaum Aufmerksamkeit gibt. Ja, also, aber das Roguelike-Genre funktioniert in Triple-A nicht, äh, Triple-A nicht und Return ist das erste und einzige Roguelike-Triple-A-Spiel. Ja, weil, ich sag euch ehrlich, weil vorher war mir das, wäre mir ein zweiter Teil legal, aber seitdem ich das ja jetzt mehr gespielt habe, ich finde das so schade, weil ich hoffe, das kommt ein zweiter Teil, ähm, weil Sony hat ja das Entwicklerstudio gekauft und die sind einfach super kompetent mit... Also, also, das, was die gezaubert haben, ich glaube, das ist ihre erste, ihre erste... Ihre erste IP. Ihre erste IP und... Aber ich sag dir ehrlich, ähm, hab ich jetzt gelernt durch Binding of Isaac, ich fände cooler, wenn sie Returnal einfach mit DLCs versorgen. Ja, auch cool, ja. Weil dann kriegst du nämlich, dann hast du das Base-Game, das heißt, du bist an alles gewohnt und kannst dann einfach zum Beispiel, wenn du den letzten Boss besiegst, kannst du, also jetzt am Beispiel von Binding of Isaac, du besiegst Mom, dann drei, vier Ebenen weiter, besiegst du Mom's Heart und dann darfst du, nee, du darfst bei Mom dann entscheiden, ob du ein Polaroid mitnimmst oder ein negatives Polaroid. So, und wenn du ein Polaroid mitnimmst, kommst du quasi nach Mom's Heart Fight in den Himmel und kommst da nochmal weiter und kannst da einen Boss besiegen, Blue Baby, und kommst dann nochmal in eine Extra-Ebene. Und dasselbe gibt's aber auch, wenn du das Negativ mitnimmst und kannst dann nach dem Mom's Heart Fight... In die Hölle. In die Hölle, kannst Satan besiegen und dann nochmal in eine Bonus-Ebene. Und das ist halt... Also du meinst zum Beispiel nach dem Motto, wenn wir jetzt einen DLC bekommen, bekommen wir einfach einen anderen Strang. Genau, dann kriegen wir einen weiteren Strang. Das ist ja cool. Und dann noch ein Beispiel, das nächste DLC von Binding of Isaac war, nicht mehr, dass du es durchspielen musst, um die neuen Sachen zu bekommen, sondern du kannst einfach neben den normalen, parallelen Weg mit so ein paar Bonus-Sachen einen anderen Weg nach unten gehen nach dem Boss und bist ganz woanders und hast ein ganz anderes Ende mit ganz anderen Bossen und so weiter. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre auf jeden Fall für mich interessanter, weil wenn das Base Game so sehr interessant ist, dass man es weiterspielen muss, dann mach doch einfach neue Items rein. Mach neue Waffen rein. Mach neue Gegnertypen rein. Mach neue Level rein. Ist doch einfach nur ein 30-Euro-DLC. Cool. Das wäre eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ja gut, jetzt kann ich auch noch ein bisschen mehr zum Spiel erzählen. Das Waffenfeeling und auch allgemein das Treffer-Feedback ist richtig gut in dem Spiel. Also ich finde auch, was sie mit dem PS5-Controller gemacht haben, die Vibrationen sind perfekt. Die Trigger-Stops, die ihr da nutzt, also mit dem haptischen Trigger, da haben die so geil gelöst, weil ihr habt da so eine leichte Funktion wie bei der Gamecube mit dem Schultertasten. Wenn ihr feste reindrückt, habt ihr nochmal so eine Extra-Taste mit dem adaptiven Triggern quasi. Und wenn ihr zum Beispiel ganz normal zielt, also ihr habt dann quasi noch so ein, also wenn ihr die L2-Taste bis zur Hälfte drückt, habt ihr auch so ein leichtes Stoppen quasi. Also es kämpft schon dagegen, angedrückt werden zu wollen. Genau. Habt ihr das ganz normale Aimen und wenn ihr feste reindrückt, könnt ihr quasi die Ulti nutzen, die die jeweilige Waffe hat. Alternativfeuer heißt das. Genau. Und ansonsten die R2-Taste, also mit der ihr quasi schießt, ist je nach Waffe natürlich, ja, habt ihr dann ein anderes Feedback, was das angeht, wie die Pressgewohnheit da aussieht. Pressgewohnheit ist ein gutes Wort. Und dafür habt ihr halt so Schnell-Items auf L1 und R1 und ich hab halt gesehen gehabt, wenn ihr halt mit einem Xbox-Controller spielt, habt ihr dann quasi auf R1 dann die Items, weil, und halt auf L1 dann halt die Ulti. Und, also dann geht halt eine Taste quasi verloren. Ich hab das in meinem Fall quasi so gemacht, weil ihr habt dann quasi noch auf Viereck die Nahkampfattacke und ich hab das bei mir halt so gemacht, ich hab auf R1 die Nahkampfattacke gelegt und L1 ist ja, ich hab ja zwei Tasten quasi frei und L1 sind ganz normal die Items. In dem Fall ist dann, glaub ich, bei mir Viereck dann einfach nicht belegt. Könnte man eigentlich auch da Items reinmachen wie Leben oder sowas, dann wär das halt Dark Souls-like. Ja, also du kannst ja auch einfach Nahkampf trotzdem auf Viereck zusetzen lassen. Ja, kannst du, ja. Einfach Spam so. Ja, und ich find das halt einfach viel bequemer, weil du kannst halt deine Kamera drehen und dabei gleichzeitig Nahkampf nutzen. Oder Kamera... Ja, es ist schon echt geil, wie du dann in die Gegner reindaschen kannst im Flug so und die dann mit dem Schwertieb. Ja, aber das kann ich ja auch mit der Dark Souls-Claw. Kannst du, aber es geht auch bequemer. Nee, du verstehst das nicht. Jedenfalls, ähm, alter, die Schwerdattacke machen super viel Schaden, ey. Das ist echt cool. Aber ist halt auch, äh, tricky, weil... Also du darfst halt ja auch nicht getroffen werden, damit du das Ding immer... Und dann, ich hab gar keinen Bock in den Nahkampf zu gehen. Und das Schlimmste sind diese roten Schilde um die Türme, die so wie ein Minigun schließen. Ja, genau. Da musst du das jetzt zum Beispiel machen. Ja, richtige Arschlöcher. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch so Fliegegegner oder sowas, die du halt one-shotten kannst damit. Das ist so cool. Meinst du diese Tentakelaugen, die sich so aufladen und dann so... Mäßig. Ähm... So ein Dreieck schießen. Genau, ansonsten... Äh, ja... Wie gesagt, voll geil, was die mit dem Controller gemacht haben, was die Vibrationen und sowas angeht. Also es fühlt sich richtig gut an. Aber leider muss ich dir was Doofes erzählen. Und zwar, ähm, als allererstes hab ich meinen DualSense-Controller gar nicht zum Laufen gebracht. Und er hat andauernd den Controller als Xbox-Controller erkannt. Und es... Spielt auf PC, ne? Genau. Okay. Und es lag nicht mal wirklich an Steam oder sowas, sondern einfach, du musstest, ja, vielleicht doch auch unter anderem, aber du musstest die Lautsprecher von dem Controller und das Mikrofon aktivieren bei Windows und dann noch zusätzlich die noch als Standard-Wiedergabegerät quasi anschließen. So richtig dumm, kompliziert. Also wer kommt auf sowas? Damit die adaptiven Trigger funktionieren. Und auch Vibrationen funktionieren. Also, das war richtig doof. Kein Schwanz kommt auf sowas. Aber, aber... Es ist doof. Assy hat zum Beispiel auch versucht und es hat bei ihm auch nicht funktioniert und sowas, ne? Und bis ich halt mich tot gegoogelt hab. Zweiteres Problem ist, es hat dann funktioniert. So ist es nicht. Und dann hab ich den ganzen Tag ganz normal mit Assy gestreamt, ne? Ich hab normalerweise die Lautstärke nicht so hoch gehabt, wie ich sie eigentlich hätte, haben sollte. Weil danach haben wir nochmal Fortnite gespielt. Dann war es auch viel zu leise. Also, man hat so gut wie gar nichts gehört. Aber mir ist so aufgefallen, so im Hintergrund, immer wenn ich springe oder schieße, hatte ich immer so ein komisches... Einen komischen Sound halt einfach. So ein... Als würdest du unter Wasser schießen quasi. Oder unter Wasser springen. So richtig so... Das kann man schlecht nachmachen. Ah, quasi der... Also du hast einfach diesen Strom, der gedrückt wird, gehört. Du hast wirklich... Ja, die Vibration gehört. Aber durch die Kopfhörer? Nein, nicht durch die Kopfhörer. Nur in OBS, also im Aufnahmeprogramm. Hä? Ich hab's auch nicht gerallt. Ich hab dann die... Ich hab dann... Ich hab wirklich alles ausprobiert. Ohne Erfolg. Bis ich dann gesehen habe, dass ich dann einfach mal die Vibration... Weil das war das letzte Mal, was ich gedacht hab, ne? Ich hab dann einfach die Vibration ausgemacht bei meinem... Äh, also in-game. Und dann war's weg. Es ist so lächerlich. Ich hab auch... Ich hab auch... Das Mikrofon gemutet oder so, ne? Ich hab auch das Mikrofon gemutet und alles drum und dran. Es war... Also... Ja, gut. Es ist ja nicht das verschuldet. Es ist einfach schlimm. Ja, gut. Natürlich das mit dem... Um es zum Lauf zu bringen, klar. Ich meine, dann hab ich keinen Kopfschmerz, sondern ich kann Returnal einfach auf P5. Und das größten Kopfschmerzen, sondern halt einfach als Streamer so. Ja, und da hab ich ja eh dann nicht. Ja. Weil du ja den Streaming-Part übernimmst. Das ist so doof, ey. Ja, glaub ich. Glaub ich. Ja, gut. Das heißt aber, ich müsste mir das Spiel ja dann nochmal holen. Ja, irgendwie... Hat gar kein Crossplay. Ja, gut. Also, auf Playstation ist das nicht schlimm. Also... Also, ich werde mir Returnal so oder so holen. Und dann ist es ja easy, dir das Spiel zu geben. Ja. Ja, ach so. Digital, oder was? Ich kauf mir so oder so alles digital. Ja, eben. Ja, gut. Dann ist sowieso kein Problem. Bro, ich... Also, ich habe zwar jetzt eine Playstation 5 mit Laufwerk. Du glaubst nicht, dass eine Sache dann benutzt wird. Habe ich ja gar nicht daran gedacht, dass wir auch einfach zusammenzahlen und sharen oder so, zum Beispiel. Na? Aber ich habe jetzt zum Beispiel an gebrauchte Spiele gedacht. Ist ja auch easy. Ja, aber ich will keine physischen Sachen. Also... Ja, sag ja nur. Ne, ich meine, das wäre ja auch dann easy gewesen in dem Sinne. Ja, das wäre es tatsächlich. Aber Returnal kriegst du auch neu relativ günstig für Playstation 5. Das war sehr schnell, ist das vom Preis gedroppt. Echt? Ganz schnell. Das hat nicht so viele Verkaufszeichen. Das war auf PC nicht so. Das hat nicht so viele Verkaufszeichen. Ja, PC-Spieler wissen, was Rogue-Likes sind und mögen die. Ja, true. Ähm... Die kennen das schon seit Jahrzehnten. Das ist ja für Konsolenspieler, das ist ja The Binding of Isaac ein Highlight gewesen. Es gab keine Rogue-Likes auf Konsole, bis The Binding of Isaac kam. Ja, stimmt eigentlich. Das waren alles Indie-Titel auf dem PC. Ja, stimmt. The Binding of Isaac hat das Indie-Markt für die Konsolen eröffnet. True. Ähm... Ja, hab ich noch irgendwas zu Returnal zu sagen? Eigentlich... Das stimmt, dass ich das jetzt mittlerweile richtig cool finde, ne? Also ich hab jetzt ausführlicher... Stimmt, dein Fazit hat gefehlt. Genau, ja. Ich hab, ähm... Das jetzt auch ausführlicher mehr mit Assyl gespielt, weil... Ich hab's, ähm... Im Stream, ne? Wie gesagt, mit Assyl, also im Koop gespielt, weil es gab ja erst viel später den Koop-Modus. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann nochmal das Spiel eine Chance geben wollte. Und auch durch den Koop-Modus ist mir dann aufgefallen, das würde mir auch alleine sehr viel Spaß machen. Ähm... Aber zusammen macht immer alles deutlich mehr Spaß. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe bei Returnal... Also, ich sag dir ehrlich, das ist ein Roguelike-Spiel und ich liebe Roguelikes. Ich habe aber nach dem mehrfachen Spielen von Returnal und auch bei Hannes-Spielen und auch mal bei anderen Leuten spielen, äh, muss ich sagen, das Spiel hat auch den Multiplayer gebraucht. Weil für mich ist Returnal, von dem, was ich gesehen habe und wie viel ich jetzt da Zeit reingesteckt habe, kein Spiel, was für die Ewigkeit halten wird. Und das sage ich, wenn ich spiele seit Release Binding of Isaac immer noch. Ich weiß nicht, was du meinst. Mir würde das, glaub ich, auch so viel Spaß machen, bis ich das dann komplett durchhabe und alles gesehen habe, so. Weißt du? Ne, du überschätzt Roguelikes. Du wirst niemals alles sehen und wirst dann keine Lust mehr haben. Ja, ich meine... Achso, achso, ja, okay, dann, ja. Ja, und ich glaube, ich hätte bestimmt auch viel mehr Spaß mit Roguelike, wenn alle anderen auch Multiplayer hätten. Also, Isaac Multiplayer würde ich schon fühlen. Hä, was? Seit Repentance hat es einen richtigen Multiplayer. Du kannst mit zwei Charakteren auf einem Bildschirm spielen. Einfach so zwei Charaktere. Was? Richtig, früher war ja, es gab es seit Tag 1 Multiplayer. Du hattest aber quasi den Hauptcharakter, Player 1 und dann so ein blöde Baby. Ja, das fand ich voll scheiße. Ja, und jetzt gibt es zwei richtige. Und du kannst einfach einstellen, du kommst auf den Punkt statt. Dann können wir auf jeden Fall ein paar Runden... Ich habe mit Boan richtig viel gespielt, als er noch bei uns gewohnt hat in Kassel. Ähm, ja, oder Hades oder sowas würde ich manchmal auch richtig... Ich glaube, Hades würde ich dann auch viel mehr Spaß machen. Ja, also Hades mag ich auch nicht, weil es Solo ist. Das Spielprinzip würde ich so zwei super gerne spielen. Ja. Aber Hades hat's... Ne, ich mag die isometrische Sicht nicht hinunter. Ja. Also, das ist wirklich einer der wenigen da, ne. Und, also, ich habe auch viel mehr Spaß, mich mit da reinzufuchsen, was die ganzen neuen Waffen angeht. Dann die Waffen mit den jeweiligen Ultis oder die Parasiten, die du ja kriegst mit Vor- und Nachteilen. Und dann lacht man sich kaputt, dass man irgendeinen scheiß Nachteil hat. Also, die Parasiten sind krass. Ja, also, du hast so einen maximalen Nachteil und der positive Part war eigentlich gar nicht so cool dann in dem Sinne. Ähm, oder die Bosse sind auch richtig geil gemacht, Alter. Also, sie sind auch knackig, Digga, und auch richtig gacken richtig ab. Übel. Also, der erste Boss alleine ist schon ein richtiges Arschloch. Ja, also, zusammen habe ich das echt gut mit das hier hinbekommen. Ich habe, ich habe euren ersten Sieg dagegen tatsächlich live gesehen. Nice. Ich glaube, war das First-Roy? Ähm, ja, aber es ist gestorben. Ja, stimmt. Und das hier war so, nein, warte, ich komme zurück. Ja. Ich habe auch seitdem, äh, auch jetzt auch den YouTube, äh, chattet so richtig vor mir, also. Oh, cool. Äh, ja, aber ich hatte, ich hatte. Ich habe es dann erst nachher gesehen, also nach dem Stream, das ihr geschrieben habt. Ja, ich war so da so arbeiten, das heißt, ich hatte gar keine Zeit, ich war nur kurz draußen. Ähm, und mich hat nur aufgeregt, dass ihr, ihr seid in so einen Raum gegangen, so einen Secret Room, ihr seid durch die Erde gefallen. Ja. Und ihr sagt so, hä, was ist das für ein Raum? Und geht so durch und da ist so ein Steg in der Mitte. Rechts und links sind so überall einfach nur so lila Pflanzen. Ja. Und da hinten ist ein Teleporter nach oben. Und ihr seid so, ihr seid durch den Raum gelaufen und direkt den Teleporter. Und ich war so, Bro, das ist ein Secret Room, mach doch unten alles kaputt, weil da sind überall Parasiten und die können gute Effekte haben. Ja. Und ich war so, aber ich war nicht angemeldet und ich war an der Arbeit. Aber das war wahrscheinlich am Anfang, oder? Hä? Das war an der Run, wo du auch den Boss besiegt hast. Ja. Kurz vor, bevor du den Boss besiegt hast. Und ich war so sauer, ich wollte einfach so. Ja, und, äh, zum Glück war ich nicht angemeldet und da hätte ich geschrieben, wie hebs dumm. Ja. Wollen wir nochmal zurück jetzt. Ähm, danach kam ja auch noch zu dem zweiten Gebiet und sowas, ne, und dann kam was richtig Ärgerliches. Und zwar, wir waren kurz vorm zweiten Boss, ne. Und auf einmal crasht Astrid's Spiel. War das so? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie ist, ja doch, ich glaube, Astrid's Spiel ist gecrasht. Und dann ist er nachgejoint und hat so ein paar Stats von mir gehabt. Also, ne, gar nicht. Er hat nur die Lebenserzeige übernommen von meiner. Ansonsten hatte er noch, ja, die Base-Waffe und keine Abilities. Und dann sind wir in den Boss reingegangen. Und der Boss hatte wirklich super wenig Lebenszuletzt. Also, ich hätte das hinbekommen, aber wahrscheinlich durch Stream-Druck und dann durch Schlagkick, weißt du. Und mit das Fear-Waffe, der hat gar nichts mehr. Und dann, ja. Und das war halt dann nur noch wirklich so wenig, ne. Aua. Das hätte man wahrscheinlich noch geschafft, so. Hast du den zweiten Boss schon mal besiegt? Ne, dann haben wir seitdem nicht weiter gespielt. Okay, cool. Also, dann sind wir eigentlich vom Wissensstand zum Spiel auf derselben Level. Genau, also. Weil alles danach kenne ich auch nicht. Also, das erste Gebiet ist ja voll verstrickt und, ja, in dem sind kleine Räume und viel. Ja, du hast im ersten Level richtig viel, was du erkunden kannst, aber erst, wenn du die anderen Level später gemacht hast, weil du kannst, siehst manchmal auf der Map so, hä, wie komme ich da hoch? Ja, mit Enserhagen, Bro. Ja. Hä, wie komme ich da und da hin? Ja, mit irgendeiner anderen Fähigkeit, Bro. Ja, das ist voll Kacke. Ja, und du bist die ganze Zeit so, ich sehe die Kiste, ich will sie. Ey. Und dann, wenn du einmal nach und nach Sachen freischaltest, ist die erste eben die geilste, weil du dann so viele Items und Upgrades bekommst und rennst durch den Rest nur noch durch. Ich finde das Ziel, da haben wir am Anfang so, ja, wir müssen uns auf jeden Fall absprechen, was für Abilities für uns gegenseitig geben und Waffen. Hat keine zehn Minuten gedauert und wir haben einfach nur rumgegeiert und jeder hat versucht, die besten Sachen zu holen. Oh, Bro, das ist, also wenn wir Isaac zusammen spielen müssen, dann müssen wir das wirklich tun. Müssen wir wirklich. Sonst stört man sofort. Ja, aber es funktioniert nur nicht, weil ich mit Assy gespielt habe, weißt du? Also, und, und das Ding ist, ähm, aber bei sowas wie Leben, da kümmern wir uns schon wirklich drum. Also, wenn wir zum Beispiel weniger Leben haben, dann machen wir es, okay. Nein, du hast dich drum gekümmert. Ja, das war so. Assy ist einfach immer reingerannt. Das stimmt. Durch was. Ich habe es nämlich genau gesehen, so, du hast nur noch so wenig Leben, Assy hat fast vor, das ist so, ah, das Leben, ich brauche das unbedingt, du nimmst so. Manchmal gab es so Momente, wo ich gesagt habe, so, Assy, du verlierst einfach noch zu viel zu viel Leben, du kriegst keins mehr. Ja, und das Wüstengebiet ist dann dafür viel größer, so, so, was die Fläche angeht, aber dann dafür viel, ähm, weniger kleine Räume und so. Ja, und in den Jahren. Es ist cool, also das Spiel ist echt geil. Es bockt auf jeden Fall sehr. Das glaube ich, und besonders Koop, wie gesagt. Ja. Ja, jetzt kommen wir zu dem Spiel, was ich gespielt habe, glaube ich. Wir haben ja dein Fazit von Return of Earth. Du hast Metal Gear Solid 5 nochmal gespielt. Ja, ich bin gerade dabei, Metal Gear Solid 5 wiederzuspielen, ich hab da, also das Metal Gear, wo ich am meisten Kritik zu hab, ähm, da werden wir auch nicht ganz drauf eingehen, jeder, der Metal Gear kennt und Metal Gear 5 dann im Anschluss gespielt hat, weiß, was die Kritik sind, so mit Ladezeiten, die Map ist zu groß und leer und, 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 ähm, aber ich sag dir ehrlich, ich hab jetzt, jetzt, wo ich ein bisschen reifer am Kopf bin, verstehe ich diese Story dahinter jetzt mehr, sehr viel mehr, ich verstehe Charaktere, ich finde so, und, und auch so Sachen wie, dieses Ganze, ich, als ich das damals gespielt hab, war ich so, oh Digga, ich muss das ja alles erst, äh, freischalten und da, das ist so cool, ich hab so viele Sachen nicht verstanden, du, dass du dieses Waffenbauen erst bekommst, wenn du die Nebenmission machst, Waffenbauer freischalten und so, Diamond, äh, das hat so viel Tiefe das Spiel, ich war wirklich überrascht und ich hab mich neu in Metal Gear 5 verliebt und viele Kritikpunkte sind weggefallen, das einzige was bleibt, ist dieses komplette System mit Helikopter, das ist einfach nur kacke, dumm, ja, die, die Diamond Base da, die Mother Base ist viel zu groß, mit viel zu vielen Wegen, obwohl unnötig, genauso wie in Metal Gear 2 alle zusammen sein können, ja, ähm, und du machst da ja auch gar nix, ja, also das einzige was du machst ist, du brauchst die Hauptbase, weil du da manchmal Cutscene freischaltest und du brauchst die Sanitätsbase wegen Quiet, ja, das war's, ja, den Rest gibt's dann auf jeder nochmal eine Nebenmission, wo du ein bisschen Zielübungen hast, ja, 30.000 GMP, juckt. Oder ich sag dir ganz ehrlich, ich bin auch oft kurz davor, das jetzt zu starten, weil ich hab ja schon im letzten Podcast gesagt, ich will einfach nur warten, bis jetzt endlich die nächste Collection kommt und ich glaub, ich werd's trotzdem machen, also ich werd trotzdem, nee, ich glaub, ich werd trotzdem immer noch warten, weil ich hab fünf gespielt, ähm, bevor ich, äh, Peace Walker überhaupt gespielt hab und ich kannte die References gar nicht und als ich an Peace Walker gespielt hab, war ich richtig so, ach, Digga, ich wünsch, ich hätte Peace Walker vorher gespielt. Meinst du, Peace Walker kommt in der nächsten Triologie? Safe, 100%. Also wir kriegen in der nächsten vier Peace Walker fünf. Ja, geh ich davon aus. Weil Hannes sagt die ganze Zeit, nee, ich glaub, fünf kommt nicht, weil wir haben ja eine Definitive Edition bekommen. Hannes ist so dumm, das sagt er mir auch schon 80 Mal, das macht aber keinen Sinn, was er da labert. Definitive Edition ist halt nur für PS4. Eine Collection ist eine Collection, damit du eine Collection hast, wo alle Teile sind. Ja. Und wir haben auch die Idee so oder so eins zu eins von, von Halo geklaut. Also, also, als die, damals, die Legacy Collection für die PS3 kam, da kam auch im Metal Gear 4. Ja. Mit die Collection. Ja. Also, natürlich kommt das. So, ich, ich versteh' nicht, woher er das hat. Ich weiß auch nicht, aber es macht auch keinen Sinn, weil er sagt die ganze Zeit, nee, da kommt kein Metal Gear 5, da kommen Portable Ops. Vor allem, vor allem, auch eines der Aussagen war, was wollen die da machen? Wollen die das Spiel einfach nur porten? Alter, die haben literally alle anderen Spiele auch nur geportet. Sogar schlecht geportet. Also, what the fuck? Und Metal Gear 5. Also, ohne dass die Aussage hat mich gerade recht aufgeregt. Und Metal Gear 5, äh, ist, ist wirklich spielerisch, also vom Gameplay an sich. Das ist der beste Shooter, den ich je gespielt hab. Und, ja, kann ich nicht so sagen. Snipe macht Bock, mit der Pistole spielen macht Bock, die Leute zu scannen. Lichter ausknipsen und die Lichter. Oh my god. Und dann, wenn Gegner schlauer, wenn die merken, dass du zu oft im Dunkeln spielst, haben die auf einmal Nachtsicht gerät. Ja, aber das passiert erst, wenn du das erste Mal nach Afrika kommst. Ist dir das aufgefallen? Aber erst, erst mal, wenn du nach Afrika kommst, kommen auch erst die ersten A-Plus-Plus-Soldaten nach Afghanistan. Gäbs nicht dann auch noch diese Panzerhelme da, wenn du zu oft Headshots machst und, Bro, dieses Spiel ist aber zu gut. Ey, Bro, die haben alle bei mir jetzt schon die Metallhelme. Weil ich, ich spiele ja non-lethal. Das heißt, ich renne dann nur durch mit, mit, äh, hier Betäubung. Ich hab Betäubungssniper und Pistole und ich benutze nicht mal meine Hauptwaffe. Also, außer die schallgeimpfte Sniper. Hier die Gummipistole, hier die Gummipatronen. Nein, ich hab, ich hab extra Schlafpatronen in der Sniper. Ja, aber die gibt's doch später dann auch. Ja, aber die sind voll kacke. Aber die sind witzig. Ja, aber ich will keine Gummipatronen. Ich will die anschießen in den Bauch und alle anschießen kurz und einfach warten, bis alle nacheinander einschlafen. Und dann full-time scannen, alle, die ich brauche, mitnehmen und dann weglassen. Ach so Bock. Ja, es ist auch einfach ein wirklich gutes Spiel. Und, Bro, auf der Series S ist die Ladezeit echt gering. Das Hubschrauber-Ladezeit ist nicht mehr so viel Pain wie gedacht. Hätte ich vorstellen, ja. Ja, aber, ähm, ich muss mal gucken, ob's ne Mod gibt, dass man das komplett skippen kann. Gibt bestimmt. Safe. Es gibt, äh, generell auch ne Mod, dass du diese, du musst, du hast ja Wartezeit, wenn du Sachen machst, so 18 Minuten, 36 Minuten, eine Stunde. Ja. Das gibt ne Mod, dass du das direkt skippen kannst. Perfekt. Und, ähm, weißt du, was auch cool ist? Du hast ja Metal Gear 5 gespielt, ganz zu Release. Ja. Hast du seitdem nochmal gespielt? Ausführlich? Nein. Es kam ja dann noch ein Update, wo du dann feindliche Motherbases infiltrieren kannst und deine infiltriert werden kann. Gibt's ja nicht mehr, oder? Äh, doch. Ah, okay. Also die Metal Gear Online-Server sind down. Ja. Aber die Metal Gear 5-Server nicht. Ah, okay. Weil du hast nämlich auch, ähm, wäre nämlich Pain gewesen, weil die haben das, damit haben die das Spiel nochmal verbessert, weil du musst jetzt quasi, ähm, ja, was heißt musst? Du kannst das Spiel auch ohne Internet spielen, aber wenn du im Internet bist, kannst du nochmal mehr Sachen, ähm, freischalten, in, in dem, hier, wenn die was entwickeln, in den Entwicklungsbaum gibt's, weil einfach nur, weil du im Internet, also es gibt jetzt viel mehr Sachen, als du kennst. Echt? Einfach nur neue Waffen, voll viele neue Waffen. Ach, klar, Cut-Scenes, die neuen, die kamen und sowas mit Liquid und so. Und, äh, die Cut-Scenes hab ich leider nicht, weil ich spiel nicht die Definitive Edition. Oh, okay. Ähm, aber alles andere ist nachgereicht worden in den normalen, also auch die neuen Waffen. Ich meine die, wann aber gratis kommt, die hast du trotzdem. Das kann sein. Auf jeden Fall hast du auch, wenn du das Spiel auf der Konsole oder Playstation jetzt kaufst, alle DLCs einfach so for free. Ja. Ich habe, ich habe The Boss-Outfit, ich habe das, ähm, Naked Snake-Outfit und so. Iva und so. Iva, genau. Äh, und das ist einfach, einfach genial. Das ist nice. Also, das Spiel macht einfach jetzt sogar noch viel mehr Spaß als früher. Kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch, also, wie, wie ich ja schon das letzte Mal gesagt hab, als ich ja die Medi-G3, alle drei, was? Medi-G3-Collection, also alle drei Teile nochmal gespielt hab, macht genauso viel Spaß, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, einfach, weil wir Erwachsene uns verstehen, was die sagen. Es ist einfach nur geistig. Baudi, 90% der kompletten Dialoge hab ich als Kind ja nicht mal verstanden. Ja. Obwohl sie auf Deutsch waren. Es ist geisteskrank. Es ist einfach nur gut. Aber das ist auch einfach schon mein, mein Metal Gear 5 Ding. Spielt alle mehr Metal Gear. Die Collection ist draußen. Creator Code Davel. Creator Code Davel. Oh, die haben, das haben wir vergessen in der News zu sagen. Leute, ich hab nen Creator Code. Und nen Affiliate-Link. Und nen Affiliate-Link. Also Affiliate-Links seht ihr dann auf der Twitch-Info komplett. Das mach ich heute noch fertig. Und ansonsten an allen Videos. Na, also danke für die Unterstützung. Hier unten. Hier. Also für alle Leute, die auf Spotify gucken, geht jetzt auf das Video. Hier unten. Ja, das sieht man auf Spotify. Oha. Irgendwo in der Beschreibung drücke da auf mehr Anzeigen und dann siehst du auch den Link. Und, äh, ja, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Ähm. Ich sag, ich sag, ich sag, ich werd das nochmal in der nächsten Folge als News sagen. So, weil, also, ne? Damit die das alle mitbekommen haben. Ja. Ach ja, auf Fortnite. Creator Code Davel. Und ich hab nicht damit gerechnet, dass wir wirklich schon so lange reden. Also, wir haben eine Stunde, äh, 45, Digga. Also, wir haben das echt geschafft. Ja, okay, krass. Aber dann müssen wir, Spiele sind ja vorbei. Ja. Hast du Yuuzukai-Gon geguckt? Ah, das war doch die Frage, die du heute gestellt hast. Stimmt. Ähm, nein. Also, ich hab, also, es gab zwei Folgen, ne? Seitdem. Ja, also, wir machen ja mal zwei Wochen. Genau. Zwei Folgen. Ähm, die vorletzte gar nicht. Die vorvorletzte bis zur Hälfte. Und ich weiß, was alles passiert, weil ich den Manga ja schon kenne. Komplett? Auch den Shibuya-Ark? Den Shibuya-Ark? Ja, kommt ja durch. Okay, dann kann ich ja mit dir frei drüber reden, ne? Den kompletten Arc meinst du jetzt? Ja. Also, das, was im Anime passiert. Ach so, ja, kannst du. Also, den kompletten Arc, keine Ahnung. Ach so, gründe einmal nochmal. Ähm, ich bin nicht mehr so hyped auf Yuuzukai-Zen, also, ich bin da jetzt voll raus und ich hab mich jetzt tot gespoilert, was den Manga angeht. Also, ich kenn auch... Du hast halt gelesen. Also, Jain. Also, ich hab gelesen. Quiet Art von Lesen. Auch ne Jain. Ich hab das schon sehr überflogen. Also, sehr... Ja. Also, die Stellen, die mich dann so ein bisschen interessiert haben, hab ich noch mit drüber geguckt und so, aber ich weiß, was passiert. Okay. Und, äh, ich kenn auch einige Spoiler schon. Ich hab mir auch was hier gesagt. Also, sie hat mich so gefragt, so, willst du es wissen? Da hab ich gesagt, ja, sag doch ruhig. Weil, es gab schon einige TikTok-Spoiler und dann wollte ich wissen, ob die wahr sind. Also, ich weiß auch, was später viel passiert. Also, es driftet doch irgendwann mal so ab, dass ich mir denke, so... Ich wünsch, ich könnte mit dir drüber reden, aber naja. Ja, können wir jetzt nicht. Aber, ähm, ich bin auf jeden Fall maximal hyped und ich fand die letzte, als auch die vorletzte Folge maximal gut. Ähm, was im Anime passiert ist für dich. Leute, jetzt sind wir im Serien- und Anime-Ding. Ich werde euch tot spoilern. Also, wenn ihr jetzt Jutsu Kaisen Folge 18 und 19 noch nicht gesehen habt oder 17 und 18, ich weiß es nicht mehr, macht kurz Pause. Es würden Timestamps geben. Ihr könnt also einfach ins nächste Thema stücken. Vielleicht wär's auch wahrscheinlich noch das letzte, wenn wir über was heute reden. Ich hab so zwei kleine Animes, die ich noch erwähnen möchte. Ah, okay. So zwei, drei Sachen. Aber jetzt das größte, das letzte, längste Thema. Gut, nächstes Mal machen wir das einfach als letztes. Was? Äh, sowas, wenn es irgendwas geben wird, was wir richtig hart spoilern. Ach so, ja, also in den Animes, über die ich rede, spoilere ich ja dann auch vielleicht. Ah, okay. Deswegen, also jetzt sind wir im Anime-Serien-Bereich. Jetzt könnte gespoilert werden. Okay. Das wollte ich nicht mehr sagen. Ähm. Dings, die ist einfach gestorben. Die, das Mädchen da. Und das ist manchmal auch so eines der Gründe so. Die hatte kaum, erstens kaum Screentime und zweitens kaum krass Sympathie. Ich fand die cool. Ich fand die cool. Ich fand die maximals langweilig. Die war, die war langweilig bis nervig. Also die hatte so. Ja, sie war schon nervig, ja. Ja, ich hab auch noch ein kurer Vibes gehabt, aber auch. Aber guck mal, das Ding ist, die war für den, also ich kann sehr mit dem Hauptcharakter Yuji Itadori mitfühlen. Ähm, so generell bis jetzt, wie der so reagiert hat und in manchen Momenten. Und für ihn waren ja Megumi und sie ein sehr wichtiger, also mit Gojo, sehr wichtiger Charakter. Ähm. Ich finde gut, dass du wegguckst, um keine Spoiler zu machen. Ja, naja, nicht deswegen, sondern einfach, äh, ja, also einfach nur, wo ich mir dann denke, so, ja. Ja, aber ich meine, also die, die, und dann auch noch dieses, diesen Moment, wo dann Yuji da so sagt, so, hey, als ich gesehen habe, dass ihr, ihr Fluchdings da, dann habe ich mich weniger alleine gefühlt und zehn Sekunden war sie, später war sie tot. Bro, das hat mich ja das schockiert. Also ich fand's auch, also, krass, in dem Sinne, ne. Und wie cool. Aber ich habe jetzt nicht so gefühlt für die. Ja, ich schon. Warum hast du so wenig Gefühle für die Charakter? Was ist eigentlich mit dir? Ich finde die absolut langweilig und beleidig. Ich finde die richtig cool, Digga. Ganz kurz. Na, und, äh, denk an Naruto Classic bis, äh, die guten Stellen ans Shippuden. Also die ersten drei Folgen. Findest du die Charaktere, wie die geschrieben sind, interessanter als die wichtigen Charaktere, also die guten Charaktere von Naruto? Ähm, ja. Krass. Sehr viel besser. Krass. Auch, auch die, äh, die, die auch. Hättest du das selbe mit For Metal Alchemist gefragt, hätte ich Nein gesagt. Ja, Digga, also da, äh, wärst du eh verrückt. Ja, also For Metal Alchemist ist auch einfach. Ne, aber ich habe jetzt Naruto einfach genommen, weil das ja so gerne, äh, verglichen wird. Ähm, ich meine aber auch die Charaktere, die gegenüberstehen, jetzt ne, Yuji auf, ne, Naruto und. Ja, genau, also Yuji finde ich besser als Naruto. Megumi finde ich interessanter als Sasuke. Boah, krass. Ich finde die Hammeralte interessanter als Sakura, aber alles ist interessanter als Sakura. Ähm, dann Gojo ist gleich auf mit Kakashi. Das hätte ich nicht erwartet, dass du das sagst. Und ich werde mir auch noch ein Kakashi-Tattoo machen. Das habe ich gar nicht erwartet. Das habe ich mir gar nicht erwartet. Kakashi und Gojo wenn ich zum Beispiel an Naruto denke, dann denke ich immer an Naruto Classic und Naruto Classic ist einfach nur zu gut. Also ich finde es wirklich geil. Ja. Und bleiben wir mal ganz kurz dabei. Die Charakter, ähm, Entwicklung von den Charakteren sind ja geisteskrank. Bei Naruto? Ja. Ja. Also von Classic jetzt so. Gerade Sasuke hätte ich niemals erwartet, dass du das sagst. Weil ich finde, Megumi ist auch nur ein Toastbrot. Bro, der hat nichts zu sagen. Ja, soll er ja auch nicht. Der ist langweilig. Bruder, Sasuke rennt immer weg wie in so eine heulende, kleine Missgeburt. Ja, wirklich. Ich habe noch keinen einzigen Kampf gemacht. Bruder, was heißt in Shippuden? Ja, ja. Aber wir reden hier über Classic, hallo. Und in vielen Shippuden, äh, finde ich meine Meinung nach, ist auch der, der relateste und best geschriebener Charakter. Ja, aber du hast ja, also du hast ja, also, fühlig, aber da ist er ja nicht mehr in derselben Position wie Megumi. True. Aber also, aber jetzt verglichen in der gleichen Position wie Megumi, auch da, tausendmal besser. Also, der, auch, dass du auch so langsam Sympathie an Naruto, weißt du, und der, der war ja voll die, voll das Arschloch so. Und er hat ihm F gegeben mit den Glöckchen. Ja, aber auch kein Wunder so, weißt du, ne? Also, wenn du so eine Vergangenheit hast. Ja, Bro, also Sasuke, ich kann ihn, ich kann ihn verstehen. Jetzt überdenk mal doch mal deine Aussage. Nee, ich finde Megumi interessanter. Krass. Okay. Damit hab ich gar nicht gerechnet. Also, damit hab ich gar nicht gerechnet. Was ich eher mit gerechnet hab, dass du das sagst, was ich aber auch nicht nachvollziehen würde, dass du gesagt hast, so Gojo wäre irgendwie... Nee, für mich ist Gojo und Kakashi auf einer Ebene. Damit kann ich mitgehen. Also, ich find immer noch Kakashi cooler, sag ich dir ehrlich. Also, einfach, weil er geiler geschrieben ist. Ja, ist er. Er ist sehr viel geiler geschrieben. Klar hat Dingens so, Gojo, diese eine Coolness, so diese, weil er so... Er ist halt cool. Ja, der hat so auch so dieses Dante-Cool, ne? Aber Kakashi hat so dieses Gelassene-Cool. Und ich bin dir ganz ehrlich, umso älter ich werde, find ich sogar eher das cooler. Ja, ich versteh das. Für mich hat... Einfach, für mich ist Kakashi immer Ahmed einfach. Ja? Ja, ja! Ja, aber... Sag ich auch immer. Also, Kakashi ist für mich einfach Ahmed und deswegen einfach schon dicke Liebe. Ey, wusstest du, dass, äh, Kakashi, äh, das, äh, Gojo und Ahmed gleich alt sind? Ja, also Gojo wäre... Also, auch im gleichen Jahr Geburtstag. Oh, krass, wusste ich gar nicht. Ja. Kakashi safe auch. Aber Ahmed könnte aber auch einfach Toji sein, ne? Ja, Goji? Ach, Toji, ja. Ahmed könnte auch Toji sein, aber, aber dieser... Wenn Ahmed wütend ist. Ja. Weil, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, weil ich find's sogar fast schon Toji cooler als Dingensner, als Gojo und was, weil ich wahrscheinlich nicht wirklich viele sagen würden, aber ich finde, äh, Nanami ist der coolste Charakter aus der ganzen Serie. Ja. Und sein Tod war einfach nur lächerlich. Ja, aber, bro, was? Also, ja, bro, ich find, ich find, der ist so cool und, und was für Dinge der raushaut auch so, also technisch mäßig so, ne? Ja. Warum der so als Lappen dann so gegen so, gegen so ein, also, ich sag mal so, wenn das tot ist, find ich cool so, weißt du, das ist so ein cooler Abgang, so ist es nicht, aber gegen dieses Krabbenvieh und, da hätte ihn ja easy umklatschen dürfen, so, weißt du? Das Krabben-Ding? Ja, was ist das denn bitte? Ja, er hätte einen cooleren Abgang haben dürfen. Ja, aber das Krabben-Ding hat ja über tausend Menschen eben gefressen in diesem Zug. Ja, trotzdem. Er hat ja viel mehr Kraft, also viel mehr Fluchmacht. Ja, aber so Krabbenvieh, Digga. Bro, das ist, kennst du die Theorie mit, dass das, ach nee, das ist geleakt, ne? Ach, keine Ahnung, das ist ja diese Olle, auf dem Podcast. Ja, das ist die Olle auf jeden Fall. Und deswegen find ich das noch cooler und dann... Ja, cooler wird ja, keine Ahnung, versehentlich durch dieses, äh, Vieh von Dingens gestorben ist, wär's da von Megumi oder so, beispielsweise. So, das wär ja cool. Nanami? Ja, zum Beispiel. Ja, das wär für Megumi krass. Ja. Boah. Bro, ich fand diese komplette Situation mit Nanami einfach nur gut. Auch wie er gestorben ist. Er hat, guck mal, du siehst ihn da, dann siehst du seinen alten Kameraden und dann will er seinem alten Kameraden was sagen und dann sagt er seinem alten Kameraden schon, ey Bro, wenn ich das jetzt ausspreche, hab ich meinen alten Kameraden verflucht, weil er dann sich Sorgen um mich macht und weil er halt immer sich denkt, ich hätte ihn retten können. Dann zeigt sein alter Kamerad auf Yuji. Er dreht sich um Nanami Todesangst, weil er weiß, er stirbt gleich. Er hätte eigentlich am liebsten so Sachen gesagt wie, so Sachen wie, es tut mir leid, dass ich das nicht schaffen konnte oder so, aber hat einfach gedacht, nein, ich bin jetzt der Erwachsene. Ich werde auch Yuji nicht verfluchen, sondern alles dafür setzen, dass Yuji jetzt alle Kraft hat, um hier zu überleben und sagt, Bro, es ist deine Sache. Ich seh dich als Erwachsenen an. Du bist nicht mehr mein Schüler. Du wirst das jetzt schaffen. Ich hab mir das gegeben, was ich konnte. Mach's besser als ich. Und das ist ein so epischer Moment für mich gewesen, wie der da auch die ganze Zeit, während er halbtot war, gegen hunderte von diesen Viechern ganze Zeit kämpft und sich die ganze Zeit nur vorstellt, es wäre so schön im Leben gewesen, wäre ich nie dieser Zauberer geworden, aber es ist meine Geschichte. Das ist das, was ich sein wollte. Ich wollte anderen Leuten helfen. Ich wollte anderen Jugendlichen helfen. Ich wollte das sein, was ich immer gebraucht habe und habe das auch gemacht und habe es bis zum Ende durchgezogen, auch wenn ich gerne ein entspanntes Leben am Strand hätte. Und das war so episch. Ich hab auch wirklich ab dem Zeitpunkt, wo ich realisiere, er läuft da lang und ich dachte so, er wird jetzt sterben. Und ich hab einfach geheult von Anfang bis Ende. Ich hab mich jetzt einfach nur aufgerechnet, dass dieses Flicken, ausgerechnet dieses Flickengesicht ihn umbringt. Mach du? Bruder, ich finde es so nervig. Ich einfach nur, also auch, also, der hatte so seine Daseinsberechtigung und ich fand es auch bis dahin auch so sehr unterhaltsam, aber er hätte dann auch in dem Moment auch schon sterben sollen in der ersten Staffel. Findest du? Ja, voll. Nee, ich finde, er hat seine Daseinsberechtigung. Ich nicht so. Er hat nämlich, also seine Fluchfähigkeit ist halt maximal stark. Aber, da musst du mir aber zustimmen. Findest du nicht aber auch, also ich finde die Fluchgeschichten, was die Flüche angeht, finde ich cool. Also ich finde das Thema an sich geil. Ja. Aber da musst du mir zustimmen, die schöpfen das nicht so cool aus. Nicht so wie Chainsaw Man es macht. Beispielweise. So, und dann, die könnten doch mehr damit, also, die können sich ruhig damit mehr trauen. Also, ich finde, es gibt zu viel, zu viele Random-Flüche, gegen die die kämpfen. Ich finde, es sollten mehr Flüche geben, einfach aus, aus Missgeschickter guten Charaktere. Also, gute Charaktere. Weißt du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Beispiel so, weil die zu viel Auge machen. Zum Beispiel, aber weiß ich ja nicht, ob das noch kommt. Ja, aber bis dahin, also zwei Staffeln, so, wäre schon cool gewesen. Ja, Bro, erste Staffel ist Kennenlernen. So, jetzt rechnen wir ab. Und dann, Film, siehst du ja schon, guter Charakter, verflucht einen anderen guten Charakter. Ja, gut, Kennenlernen von Charakteren, also, meiner Meinung nach, die ich langweilig finde, nur damit die in der zweiten Staffel schon sterben, so, weißt du? Ja, aber das ist ja dann dein persönliches Pech, dass du die nicht cool findest. Ja. Weil der Rest der Welt findet sie ja cool. Ich hab Gojo auf meinem Bein. Der Rest der Welt würde ich jetzt nicht sagen. Ja, du weißt, was ich meine. Also, ich, das heißt cool, ich find die halt einfach nicht gut geschrieben. So, ja, es könnte schon besser sein, ich weiß, was du meinst, hier und da ein paar Stellen, aber, ähm, ich weiß, was du meinst, also, es gibt, an dem Erzählstil, wie Charaktere sind und was sie dabei fühlen und denken, kann ich die Kritik verstehen und ich kann auch verstehen, dass du sagst, hey, die, sie wirken manchmal zweidimensional, aber auch nur, weil du halt bei Jujutsu Kaisen, bei vielen Charakteren, wie das zum Beispiel, was ich gerade über Nanami gesagt habe, erzählt dir ja keiner, das hab ich, das kommt ja aus meinem Kopf. So, und das musst du dir die ganze Zeit machen, weil du lernst, du lernst in Jujutsu Kaisen die Charaktere nur so da, wie wir auch in Real Life Menschen kennenlernen. Wir können denen ja nicht in den Kopf gucken, wir hören keine Monologe, wenn, wenn du jetzt an Sachen denkst und wenn du an irgendwelche To-Do-Listen, sondern wir sehen nur den Charakter da ist und wir müssen den Rest dazu denken und das nicht im Sinne von mit, wir sind so faul, sondern sie geben uns ja die Stücke, um das zu wissen, was die denken. Sie geben uns ja die Teile und das ist ja wie in Realität, wenn ich mit jemandem spreche, weiß ich auch nicht, was der denkt und er sagt es ja in den meisten Fällen einfach nicht. Ja, also ja und nein, also ich finde nicht, dass die jetzt genug geben, aber. Ja, du hast ja gesehen, was ich aus einer Namis tot gemacht habe gerade, voll die epische Monolog mit, wie cool er ist. Ja, fast übertrieben. Aber, ja. Ja, das ist, äh. Also, nicht falsch verstehen. Du verstehst es einfach nicht. Ich finde, ich finde gewisse Dinge in der Serie, gibt auf jeden Fall Highlight-Momente, gibt aber auch einige Momente, die ich einfach absolut langweilig finde und einfach verschwendetes Potenzial. Für mich persönlich, das ist einfach eine mittelmäßige Serie, ist jetzt keine schlechte Serie, ist aber für mich jetzt auch keine überragende Serie. Also. Also ja, du warst ja so oder so von Staffel 1 schon so, ich verstehe den Hype nicht. Genau. Also, also Staffel 1 war ja richtig schlimm, wie das gehypt wurde. Ja, das ist schon ein bisschen cringe. Ja. Also, das ist aber wie, Attack on Titan Staffel 1 ist auch übelst überhypt gewesen. Jetzt verstehe ich das, weil ich das Ende kenne. Ach mal. Aber als Attack on Titan Staffel 1 draußen war, fand ich es übel cringe, dass das so gehypt war. Staffel 1? Weil es so und was nicht, ja. Oh, ich fand es übertrieben. Ja, guck, da sind wir auf anderen Seiten, weil ich fand... Ja, aber du bist scheiße. Nee, du bist scheiße. Du findest das zu krass gut. Die Demon Slayer, so ruhig das. Hä? Die Demon Slayer-Karte ist immer die schlimmste. Die Demon Slayer ist mit, das mag ich dir von Anfang an. Ich habe noch nie gesagt, dass Demon Slayer fantastisch ist. Ich habe auch keinen Demon Slayer auf meinem Bein. Aber du hattest Demon Slayer auf Platz 1. Wann? Bevor du Attack on Titan geguckt hast. Ja, war ja auch. Aber das ist okay, weil du wurdest aufgeweckt. Nee, ich habe ja auch Attack on Titan halt noch nicht geguckt. Ja, ich glaube. Das ist wie so... Aber für mich ist jetzt auch im Manga-Bereich ganz oben, weil ich gerade lese ein bisschen Attack on Titan zwischendrin. Es gibt manche Sachen, die mich nicht interessieren. Es gibt ja viel, was du ja nicht im Anime bekommst. Zum Beispiel Mikasas richtigen Charakter. Ja, genau. Weil die ist ja gar nicht so erinnig und sinnlos im Kopf. Die ist ja der richtige Charakter. Ich weiß. Und ich lese gerade da immer ein bisschen nach, um halt mehr Tiefe in dem Anime auch zu finden. Und für mich ist Jojo Platz 1 im Manga und dann direkt Attack on Titan. Und Bro, ich habe halt Berserk noch nicht gelesen. Das wird halt wahrscheinlich auch auf Platz 1 rutschen dann. Aber ich kenne es halt noch nicht. Geist krank. Aber ich, also, bei Berserk, ich habe schon ein paar Sachen auf dem Handy. Ich gucke immer so... Also, ich bin bereit. Aber ich bin emotional noch nicht bereit. Weil Attack on Titan hat mich ein bisschen zerstört. Jujutsu Kaisen nimmt mich jeden Donnerstag und ich bin so, ich bin so, Digga, es ist bald Weihnachten. Ich will mir echt nicht das Leben nehmen. Ja. Ja. Also, ja. Aber ich finde es interessant, dass wir beide so verunterschiedliche Sachen haben. Weil dann können wir wenigstens auch darüber reden. Weil wenn wir so beide gleich sind, wie am Anfang von Postklasse, waren wir so, ja, ist auch meine Meinung. Ja, gut. Nächstes Thema. Ja. Aber gut, dass du sagst, nächstes Thema, weil das ist... Wir sind jetzt schon bei zwei Stunden. Ja, ich muss jetzt... Ich mache jetzt ein bisschen... Nee, darum geht es gar nicht. Aber ich habe das einfach unterschätzt. Ja, weil wir im Flow sind mittlerweile. Wir können einfach reden und wissen so, dass wir ein bisschen aufpusten müssen, dass wir uns nicht so zu oft unterbrechen, auch wenn ich das heute ein bisschen aufgemacht habe. Haben wir das? Ich habe heute ein bisschen oft unterbrochen. Ansonsten sind wir halt einfach im Flow drin und haben halt schon so ein bisschen Redeflow. Ja, ich habe geschaut. Einmal Undead Unlock, mir fehlt nur die aktuellste Folge. Ach, Digga, ich habe es immer noch nicht weiter geguckt. Nicht so schlimm. Also Undead Unlock... Was willst du darüber reden? Bro, ich will nur sagen, dass es für mich der Hype ein bisschen abgeebbt hat. Aber es ist nicht schlechter geworden. Absolut nicht. Okay. Ich bin nur nicht so gehypt, wie ich am Trailer war, weil der sich anders entwickelt, als ich erwartet habe. Okay. Dann Undead Ninja. Hast du auch noch nicht geguckt? Nein, ich habe ja gar nichts geguckt. Ja, okay. Okay, aber dann würde ich nur sagen, es wird noch viel besser, als ich dachte. Geil. Es wird richtig gut, aber richtig weird. Es ist genau das, was du willst, Bro. Ja, danke. Deswegen, dem muss auf jeden Fall bitte bis zum nächsten Podcast sein. Also ich sage mal so... Scheiß auf alles, scheiß auf Yuzukai. Scheiß auf Ander Ninja hat das Potenzial, Yuzukai sogar zu toppen, jetzt in meinen Augen. War für mich auch schon erste Folge so. Sag ich dir ehrlich. Also das hat mich schon so... Erste und die Elfte von der Zweiten so. Das war dann so, oh okay. Das wird langsam echt weird. Mit dem Schniedel abhacken und so. Bro, es wird noch viel weirder alles. Ich habe es mir schon gedacht. Aber auch viel brutaler und viel ernster. Aber es bleibt während es ernster wird trotzdem weird. Ich gucke ab heute weiter. Es ist zu gut. Wie viele Folgen sind es jetzt? Acht? Neun? Okay. Neun. Wenn heute die neue Folge kommt, dann sind es zehn. Aber warte, ich gucke einfach. Es sind neun draußen. Und dann habe ich, es kam nämlich so ein, ich war halt zu Hause, ich hatte ein bisschen Zeit und dann kam halt so ein komischer Isekai-Anime raus. Oh ne, Digga. Aber nicht in ne Fantasy-Welt oder so, sondern ja doch schon ein bisschen Fantasy-Welt. Ja doch schon. Aber er ist halt revived als ein Schwein. Hätte auch alles sein können und dann auf einmal sowas. Ey Bro, es gibt Wending-Maschinen. Also das ist weird. Aber das mit dem Schwein ist tatsächlich ganz lustig, weil das ne, die Welt ist Seinen. Also die Welt ist, fühlt sich an wie Seinen. Da sterben Kinder und all so Sachen und da werden so Sachen wie Politik und sehr brutale Sachen mit aufgenommen. Ist aber eigentlich so ein bisschen Romance-mäßig, aber geht in so eine Seinen-Richtung. Ist echt interessant, weil es geht um ein Mädchen, was wegen der Welt bedingt reisen muss. Der ist auch noch nicht ganz durch, der Anime. Der muss wegen der Welt-Story bedingt reisen und ihr begleitet halt das Schwein. Und das Schwein ist aber nicht stumm die ganze Zeit. Das Mädchen hat so, es gibt so eine bestimmte Rasse da und die können dann halt immer Gedanken lesen und das vom Dienst-Mädchen-Volk und so, voll weird. Aber die kann halt auch die Gedanken des Schweins lesen und mit der telepathisch kommunizieren. Das heißt, wir sehen quasi nicht wie in anderen Sachen, dass das einfach nur stumpf und dumm ist, sondern die interagieren wirklich mit der Welt und das ist interessant. Und ich habe tatsächlich auch geguckt, jetzt Thema beendet, achso ich kann euch mal sagen, wie der Anime heißt. Und es ist Butareba, the story of a man turned into a pig. Und Butareba heißt einfach nur fettes Schwein. Ja, warte, was wollte ich gerade noch mal sagen? Egal, auf jeden Fall anime-mäßig, Punkt. Ich habe Rising of a Shield Hero noch geguckt. Das läuft ja die dritte Staffel aktuell. Ich dachte am Anfang auch mega cringe, aber leider ist es ein Isekai-Anime-Wild, den ich dir empfehlen muss, weil es ist nicht cringe wie Mokushi-Tänze mit ihren komischen Szenen und so. Und es ist wirklich ernst. Und der Hauptcharakter ist wirklich gut geschrieben. Und er macht sich die ganze Zeit über Isekai-Animes, werden nur gedisst, weil es gibt vier Hauptcharaktere, mäßig. Es gibt quasi ein Held des Schwerts, ein Held des Schilds, ein Held des Speers, ein Held des Bogens, die einfach aus Japan dahin beschworen werden. Also in diese Fantasy-Welt. Klassiker. So, und du denkst so, es geht ja nur um den Schildhelden. Und diese ganze Fantasy-Welt hasst aber den Schildhelden. Und es werden so, es hat mit Rassismus zu tun, mit, also Tierwesen werden wie Tiere behandelt, obwohl sie ja denkend sind wie Menschen und sei Sklaven verkauft und so. Und es wird richtig ernst, richtig ernste Story. Und die anderen drei Helden, also es geht ja um den Schild-Hero. Und die anderen drei Helden wie der Bogen, der Schwert und der Speer sind halt diese Cringe-Protagonisten aus diesen, mäßig, aus diesen anderen Isekai-Animes. Und der Schild-Hero ist richtig cool. Der wird nämlich von Folge 1 erstmal komplett in Depressionen, Mobbing, alles. Er lebt auf der Straße, kriegt von niemandem Hilfe, weil alle den Schildhelden hassen. Und kämpft sich da ganz hoch. Mit eigener Kraft und sehr gute Story. Es ist sehr durchsichtig geschrieben und es nimmt so eine global-politische Ebene ein, die echt interessant ist. So, aber es wird aber auch Punkte geben, die du wirklich hassen würdest. Deswegen 50-50-Chance, dass dir gefällt. Und eine Sache, die mir noch am Herzen liegt, dann bin ich wirklich fertig. Wir gehen jetzt mal von Anime weg und kommen zu Cartoons kurz. Und mein Lieblingsfilm, der Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, was ja auch... So, ja, bekommt ein Anime. ...ist schon draußen. Ah. Und ich hab alles gesehen. Ich wollte es bis heute zu Ende geguckt haben, aber mir fehlt die letzte Folge. Und ich dachte einfach, das ist die Story des Films. Nein. Spiel. Nein. Hä? Das ist eine neue Story. Der Spiel ist eine andere Story, der Comic ist eine andere Story, der Film ist eine andere Story und jetzt ist der Anime auch eine andere Story. Der Anime basiert aber irgendwie trotzdem auf dem Film, weil der Film drin vorkommt. Aber es wird erklärt, wie der Film erschaffen wurde in dem Anime. Ach so. Weil, also, es ist... Der Film ist Canon im Anime. Ja. Dieses Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Und du hast halt da diese ganz Parallelen zum Film, aber es ist halt diesmal nicht von Scott Pilgrim eigentlich die Sicht, sondern die Hauptfigur ist Ramona Flowers, die ja, diesmal, also die Freundin von Scott. Ähm. Und es ist wirklich fantastisch. Die Charaktere sind fantastisch geschrieben. Es ist wunderschön pop-kulturelle Referenzen. Ähm. Es macht mega Bock zu gucken. Jede Folge geht eine halbe Stunde. Es gibt acht Folgen. Äh. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich würde es auch, um ehrlich zu sein, nicht als Anime betiteln, weil es sieht nicht wirklich aus wie ein Anime. Es sieht einfach aus wie so ein Gravity Falls Cartoon und so. Ja, finde ich auch. Aber das Anime-Intro, äh, das Intro ist japanisch. Echt? Ja. Ja, glaube ich. Ich glaube, das war japanisch. Weiß aber nicht. Ja, ich, ich habe das Intro, das zweimal gehört und dann immer geskippt, weil ich so am Bingen war. Ich habe acht, äh, sieben Folgen geguckt und dann habe ich es nicht mehr geschafft, die achte zu gucken. Ah, krass. Ja, aber das war, schaut euch auch Scott Pilgrim an. Ich will jetzt, weil nicht tot spoilern, auch bei Scott Pilgrim, weil das sind nur acht Folgen. Das könnte er gucken. Könnte, könnte möglich sein, ja. Ja. Ähm. Ja. Und deswegen Anime- und Serien-Ding ist dafür für mich beendet. Willst du noch irgendwas sagen? Hast du noch Fragen zu Scott Pilgrim? Hast du noch Fragen zu Buta Reber, dem Schweinemann? Nee. Nur, dass ich sagen möchte, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen an die YouTube-Leute. Ähm, wie gewohnt. Nee, es ist gelogen. Wollte gerade sagen, wie gewohnt kommt die Folge. Ja, also wir haben, aber wir haben jetzt erst von zwölf Folgen zweimal verkackt. Eine kam um 20 Uhr an einem Dienstag, weil sie sie mittags aufgenommen haben. Ja. Und die andere, also jetzt, die wird halt morgen kommen wahrscheinlich. Ja, okay. Ansonsten, ne, freut euch auf die nächste Spezialfolge, die wird super, da freue ich mich schon drauf. Sie wird, weil, wird, denken, die wird so vier Stunden gehen vielleicht, vielleicht auch fünf Stunden, aber ich weiß, sie wird sehr viel länger vielleicht gehen. Nee. Ja, wir nehmen uns einfach viel Zeit. Na, machen wir so. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Grüß Sie noch auf eure Lichter. Grüß Sie noch auf eure Lichter.